Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer, der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, schön wieder dabei zu sein. Ja, ich freue mich, ich freue mich sehr sogar, denn diesmal hast du zu berichten von einem interessanten Stadionerlebnis. Wir haben, ich möchte sagen, die Rollen getauscht und zwar, jetzt muss ich mein Mikrofon hier noch nachjustieren, das ging mir gestern schon bei einer Aufnahme so, aber das kriege ich hin, im laufenden Betrieb. So, jetzt aber wieder zurück zur eigentlichen Sendung. Bei uns läuft es fast so gut wie beim VfB Stuttgart, auch da lief der Start nicht allzu erfolgreich. Ja, ich habe es gerade eben schon angedeutet, du warst gestern im Stadion gegen unseren, ich möchte sagen, Erzrival in der Bundesliga. Ich mache hier schon absichtlich, unseren Derby-Gegner. So, jetzt hasst ihr mich alle, den SC Freiburg. Wie war es denn für dich? Kalt, es war kalt. Ich hatte ja wirklich mir überlegt, also wie viele Lagen ich anziehe und dachte, ja, das Wettervorhersage klingt jetzt nicht so verheerend, irgendwie so zwei, drei Grad, aber es war kalt. Es war wirklich kalt und ja, es war irgendwie seltsam. Also ich saß ja auf unserem Dauerplatz, also wir haben ja in 47e, haben wir eine Dauerkarte, wo wir sitzen und die Karte halt weitergeben. Und ich bin halt hingekommen und dann sah der Platz irgendwie seltsam aus, irgendwie so rote Flecken drauf und ich dachte, dann ist das irgendwie Regen oder Wasser. Und da habe ich zum Glück ein Tempo dabei gehabt und habe halt drüber gewischt und habe gesehen, der ist irgendwie völlig zugesifft und es war irgendwie, ich weiß nicht, Glühwein oder so. Es war extrem eklig und das war eigentlich schon das schlechte Omen, was uns so das ganze Spiel dann begleitet hat. Ja, das sollte sich ja relativ schnell dann auch über Twitter verbreitet haben, dass der Vertikalplatz, wie er so schön heißt, dann doch deutlich beschmutzt war. Ich habe das auch gesehen und ja, das ist so, also wirklich eine Katastrophe. Ich muss es wirklich so sagen, es klingt erstmal gar nicht so schlimm, aber wenn ich mir das vorstelle, dass ich zu meinem Platz komme, vor allem wenn es mein Stammplatz ist und dann ist da drüber gesifft worden, also da würde ich direkt erstmal eskalieren. Muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich erstmal völlig ausflippen. Aber was dann natürlich noch passiert ist, vor dem Spiel muss man sagen, ist, dass Holger Laser ganz schön Probleme hatte, die Aufstellung zu verlesen. Was war denn da los? Mensch, die Aufstellung hat irgendwie nicht so richtig gepasst mit dem, was Markus Weins hier vorgegeben hat. Ja, ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, aber also vor der fehlgeschlagenen Vorlesung der Aufstellung war ja erstmal diese Aktion für den Tag des Nicht-Vergessens, was super war. Also das war wirklich großartig, dass man es halt wirklich im Stadion gemacht hat. Und das Stadion, ich hatte echt so ein bisschen Bedenken halt, also in der aktuellen Zeit, dass es da irgendwelche Pfiffe gibt oder so, gab es gar nicht. Also es war gut, war super. Ja, und dann gab es halt die Aufstellung, wie ganz normal präsentiert über die Videoleinwände. Und wir kamen dann mit dem Nachnamen rausschreien bis zu Erik Tommy. Bis dann die meisten von uns merkten, dass Erik Tommy wahrscheinlich nicht in der Startelf stehen wird. Und das merkte auch Holger Lahrser und das merkte wahrscheinlich auch dann die Regie und daraufhin stoppte halt diese komplette Einspielung der Startaufstellung. Und daraufhin hat dann Holger Lahrser halt improvisiert und den Rest der Startaufstellung, die nicht Erik Tommy beinhaltete, irgendwie improvisiert. Aber ja, das gab schon so einen Fingerzeig, wie die Partie dann laufen würde. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Markus Weins hier kurzfristig noch was geändert hat. Denn normalerweise erscheint die Aufstellung immer eine Stunde vor Spielbeginn. Und das war diesmal nicht der Fall. Hat sich ein bisschen verzögert, allerdings auch bei den Freiburgern. Da habe ich auch immer auf Twitter geguckt, wie spielen die? Für mich war halt interessant, wird Petersen wieder in die Mannschaft kommen? Ist der wieder bei 100 Prozent? Und ja, Petersen hat ja letztes Mal in Freiburg, glaube ich, dieses supergeile Tor geschossen. Das war letztes Spiel gegen den Freiburg. Ja, das Traumtor, ja, ja, ja. Genau, richtig, ja. Deswegen habe ich so ein bisschen darauf gehofft, dass er nicht spielt. Sei es drum, die Aufstellungen kamen relativ spät. Und vielleicht wurde da nochmal kurzfristig was geändert. Vielleicht kam es da irgendwie zustande. Wir werden es natürlich nie herausfinden. Und ich habe gesehen, über der Cannstatter Kurve fiel sogar, ja, die Leinwand aus. Was war denn da los, Mensch? Also du wirst es mir nicht beantworten können, aber es sollte natürlich funktionieren, so ein Kasten. Ja, ich kann es nicht sagen. Also ich glaube, sie funktionierte irgendwie ganz am Anfang und dann ist halt irgendwie komplett ausgefallen. Also keine Ahnung, vielleicht wegen der relativ frostigen Temperaturen oder aus einem anderen Grund. Aber ja, es war halt irgendwie alles sehr bezeichnend. Ja, ich habe mal gehört, dass wenn so Sachen, also ich muss es anders sagen. Mir wurde mal gesagt von jemandem, der sich so mit Insolvenzen und sowas auseinandersetzt, dass das immer kein gutes Zeichen ist, wenn irgendwo Lampen nicht mehr ausgetauscht werden oder so Schriften, die, also beleuchtete Schriften, die dann vielleicht, was weiß ich, nur noch einen Buchstaben haben, der wirklich funktioniert. Und die anderen, die zucken nur noch. Ich will jetzt nicht sagen, dass der VfB kurz davor steht, zahlungsunfähig zu sein, aber rein sportlich könnte das schon ein gewisser Fingerzeig gewesen sein, dass da die Aufstellung nicht mehr stimmte, die Anzeigetafel ausfiel. Ja, also und vor allen Dingen, das muss ich natürlich auch noch erwähnen, der Vertikalplatz beschmutzt wurde. Das kann man ja hier nochmal anbringen. Ja, wir werden natürlich jetzt erstmal kurz so ein bisschen über Freiburg sprechen und dann hat uns heute auch schon wieder die Aktualität eingeholt. Guido Buchwald ist aus dem Aufsichtsrat zurückgetreten, darüber werden wir auch noch sprechen, aber wir werden jetzt erstmal das Thema Freiburg beackern. Das war ja eigentlich so im Großen und Ganzen schon ein interessantes Spiel. Ich fand es jetzt nicht besonders hochwertig oder qualitativ gut, aber wie sich das Spiel so gestaltet hat, fand ich schon relativ interessant. Ähnlich wie gegen Mainz war der Start gar nicht so schlecht. Ja, also die ersten Minuten oder Minütchen, muss man fast schon sagen. Da sah das ganz gut aus. Es gab auch wieder eine frühe Chance für Esswein, der da vielleicht selber den Abschluss suchen muss und das Tor macht. Das müsste ja eigentlich direkt vor deiner Nase passiert sein, wenn ich deinen Platz jetzt ja ungefähr richtig eingenordet habe, um hier mal den Reschke rauszuholen. Ja, aber das müsste direkt vor deinen Augen passiert sein, oder? Das war schon eine große Chance von Esswein, als er versucht hat, nochmal in die Mitte abzulegen. Der hätte er selber abziehen müssen, oder? Ja, also im Stadion sagt man ja immer dann relativ schnell irgendwie, schieß doch selber, mach doch selbst. Also ich habe es dann in der Zusammenfassung nochmal gesehen und ja, ich glaube, dass er halt irgendwie in die Mitte legt, ist dann schon okay, weil der Winkel ist spitz und da stehen halt relativ viele Leute. Aber das war halt das Ding, also der VfB kommt halt gut raus, erdrückt, hat halt die allererste Chance und macht sie halt nicht. Und im Gegenzug hat halt Freiburg eigentlich eine relativ ähnliche Chance und da wird der Ball halt nicht auf einen Fünfer zurückgelegt, sondern auf einen Sechzehner. Und von dort trifft halt jemanden, wo du denkst, ja und genau das ist halt das Ding halt. Und dann liegst du halt wieder nach vier Minuten hinten und all deine Matchpläne sind halt komplett über den Haufen geworfen worden. Ja, das war halt schon, um im Vereins- oder im AG-Sprech zu bleiben, halt relativ bitter. Bitter, ja, das ist es gewesen. Ja, man spricht ja immer so von diesem Brustlöser, den man mal bräuchte. Das wäre dann mit Sicherheit einer dieser Brustlöser gewesen, wenn Eswein vielleicht das Tor gemacht hätte, beziehungsweise wenn er einen Abnehmer für seinen Pass gefunden hätte. Du hast es angesprochen, nach vier Minuten trifft Haberer dann zum 0 zu 1 wieder, ja, aus einer Position, die du eigentlich gar nicht so schlecht verteidigen können müsstest. Ja, also, ich verstehe das nicht so richtig, warum es da keine Kommandos gibt. Ja, ich habe jetzt gerade, währenddem ich gesprochen habe, überlegt, von wem die Kommandos eigentlich kommen müssten. Fehlt da vielleicht der Abwehrchef, das habe ich mir nämlich gestern auch so, oder die Frage habe ich mir auch gestern gestellt, fehlt da vielleicht einer, der ganz klare Kommandos gibt. Denn wenn man mal die gute Rückrunde heranzieht, dann hatten wir da hinten einen Badstuber, der ganz klar der Chef im Ring war, ja, also er hat die Kommandos gegeben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da jemand einfach eben diese Kommandos gibt. Vielleicht fehlt genau das, dass jemand den Herrn Aska-Silber mal sagt, Junge, du brauchst jetzt nicht auch noch mit in den Strafraum rennen. Guck du, dass du die Jungs um den, ja, fast 20 Meter vorm Tor verteidigst und lass uns hier unsere Arbeit machen. Also, konkrete Frage, glaubst du, dass da so ein Abwehrchef fehlt beim VfB aktuell, der das Ganze ordnet? Na, ich weiß nicht, ob dem VfB ein Abwehrchef fehlt, aber ich glaube, dass dem VfB halt Kontinuität fehlt. Wir haben irgendwie gefühlt, jedes Spiel eine andere Viererkette. Jetzt rückt halt Pavard wieder rein nach rechts hinten, was ja völlig okay war. Also live gesehen fand ich ihn halt wirklich gut. Aber es gibt halt keine Konstanz irgendwie in der ganzen Geschichte. Und es gibt halt auch, also wer ist unser Abwehrchef? Ist es Baumgartel, der jetzt wieder ausfällt? Ist es Bart Trooper, der kaum spielt? Ist es Pavard, der lange ausgefallen ist? Ist es Marc-Oliver Kempf, der sich irgendwie wieder reinkniet? Das ist halt irgendwie schwierig, aber ich stimme dir dazu. Es bedarf auf jeden Fall eines Abwehrchefs, der halt die Kommandos gibt. Aber ich sehe halt gerade nicht, wer das sein soll. Gerade weil wir halt auch so ein Überangebot an Innenverteidigern haben aktuell. Ja, ich habe mir das wirklich lange überlegt. Also das Problem sehe ich wirklich darin, dass du relativ häufig diese Verteidigung durchmischt. Und ich war eigentlich auch dafür, Pavard, wenn er jetzt zurückkommt, auf die Rechtsverteidigerposition zu stellen. Im Nachhinein würde ich das, glaube ich, aber gerne revidieren. Ich glaube, dass ich Pavard dann doch lieber im Zentrum gesehen hätte. Nicht, weil er das besonders schlecht gemacht hat oder so. Ich war auch der Meinung, dass er das ganz ordentlich gemacht hat als Rechtsverteidiger. Alles andere würde mich auch wundern. Ich meine, der ist immerhin Weltmeister geworden auf dieser Position. Also da sollte er schon eine gewisse Qualität mitbringen und die sollte dann auch größer sein als das, was ein Andreas Beck auf den Platz bringt oder andere. Aber trotzdem fehlt mir so die Konstante, wie gesagt, der konkrete Chef in der Abwehr. Und ja, wir haben jetzt das Pech gehabt, dass ein Baumgartel ausfällt. Wir haben das Pech gehabt, dass Pavard lange ausgefallen ist. Kempf ist neu, ist zunächst ausgefallen. Karpack, den brauchen wir eigentlich gar nicht mit reinnehmen in die Verlosung. Der stopft letzten Endes gerade auch so ein Stück weit Löcher und wurde nochmal dafür belohnt, dass er in München ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber selbst wenn alle fit wären, sind für mich Baumgartel, Pavard und auch Kempf, wobei ich dann noch abwarten muss, wie der sich so entwickelt. Aber das sind für mich jetzt keine Abwehrchefs im klassischen Sinne. So möchte ich es mal sagen. Also da ist so ein Typ Badstuber schon jemand, der halt einfach Kommandos gibt, die komplett um ihn herum auch so wahrgenommen werden. Er ist der Leader in dem Moment. Und das fehlt mir vielleicht so ein Stück weit. Also einfach jemand, der da den Ton angibt, auch in der Art und Weise, wie er die Defensive ordnet. Das macht ja auch ein Zieler nicht. Also Zieler ist ja auch niemand, der jetzt da großartig seine Abwehrreihe gut positioniert. Da gibt es zwar hier und da mal Anweisungen, aber er ist nicht derjenige wie zum Beispiel Oliver Kahn, um es jetzt mal ganz krass auszudrücken. Also ich möchte jetzt hier nicht den Badstuber wieder zurück in die Stadtelf schreien, aber ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor ist, dass wir da hinten drin einfach keinen haben, der die Hosen anhat. Ja, also eine zu flache Hierarchie in der Innenverteidigung oder in der Abwehrreihe könnte definitiv ein Ansatz sein irgendwie. Also es gibt halt niemanden, wo man sagt, hey, der muss immer spielen und alle anderen richten sich nach ihm. Den haben wir halt nicht. Das ist schon richtig, klar. Das kannst du, glaube ich, auch von der Sechser-Position ein Stück weit mitorganisieren. Das ist natürlich deutlich schwieriger, weil du dich immer nach hinten orientieren musst, aber da ist auch Santi Ascaciba keiner, der das kann. Und Christian Gentner ist jetzt auch nicht der Typ, der da einfach mit einer gewissen Präsenz den Laden zusammenhält. Da fehlt einfach eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und vielleicht hätte man sich da, ich bin ja zufrieden mit dem Kabak, also ich glaube schon, dass es ein großes Talent ist, aber vielleicht hätte man sich trotzdem da noch jemanden holen sollen, wenn man schon einen Innenverteidiger verpflichtet, der eine gewisse Qualität mitbringt, ja, und aber gleichzeitig auch was verkörpert als Abwehrchef. Also, oder man, weiß ich nicht, man kriegt Badstuber wieder hin. Aber das wird noch interessant sein, ob der VfB da hinten irgendwie wieder Konstanz in die Verteidigung bekommt, denn das wird der Schlüssel sein, um nicht abzusteigen. Das kann man letzten Endes auf den Punkt bringen. Ja, du hast gerade schon angesprochen, Pavard, ja, als Rechtsverteidiger. Seine vielleicht neue Rolle muss man natürlich mal abwarten. Kabak hat jetzt nicht so ein geiles Spiel gemacht gegen Freiburg. Kann auch sein, dass der vielleicht dann schon nächste Woche gegen Düsseldorf eine Pause bekommt. Aber wo siehst du Pavards Rolle jetzt für die nächsten Spiele? Ist das für dich der Rechtsverteidiger, mit dem wir jetzt die restlichen Spiele bestreiten sollten? Oder siehst du ihn dann doch eher als Innenverteidiger oder sogar, was ja auch viele fordern, als Sechser? Schwierig, ne? Also als Sechser fordert man ihn ja nur, weil halt niemand sonst da ist, der halt irgendwie diese Rolle im defensiven Mittelfeld ausfüllen könnte. Ich denke, in der Innenverteidigung haben wir genug Spieler, Baumgartel, Kempf, Kabak, Badstuber, die das halt irgendwie okay spielen können. Und also vielleicht bin ich auch ein bisschen getrügt von dem Live-Eindruck gestern im Stadion. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass Pavard unser bester Rechtsverteidiger war, den wir in dieser Saison hatten. Weil für einen Innenverteidiger war er überraschenderweise total oft vorne. Hat sich angeboten, hat erschreckend wenig den Ball bekommen, aber das ist zwar okay. Also der hat sich reingehangen, der war offensiv agil und hat das Spiel angekurbelt. Das war für mich völlig okay. Also insofern ist meine persönliche Meinung, ja, das ist unser Rechtsverteidiger für die nächsten Spiele. Was ich an Pavard noch kritisieren möchte, wobei das ein bisschen unfair ist, weil ich glaube, das ist ja einfach, oder ich fordere da was von ihm, was er so gar nicht auf den Platz bringen kann. Das ist natürlich schon, ja, eine gewisse breite Brust, die ich von so einem Weltmeister gerne sehen würde. Also mir ist der manchmal einfach zu ruhig und, ich sag jetzt mal, zu bescheiden. Also er wirkt halt manchmal wie ein ganz normaler Spieler auf dem Platz, obwohl er aus meiner Sicht sich viel mehr rausnehmen dürfte. Also innerhalb der Mannschaft meine ich das auch, dass er da klare Kommandos gibt. Aber ich glaube, das ist einfach nicht seine Art. Es wäre schön, wenn er praktisch auftreten würde wie ein Weltmeister. Jetzt nicht nur sportlich, sondern auch so von der ganzen Ausdrucksweise. Das fehlt mir so ein Stück weit. Aber ja, es ist, glaube ich, nicht seine Art, um das nochmal zu wiederholen. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich kann mir vorstellen, dass du da absolut recht hast, dass Pavard auf rechts weiter aktiv bleiben darf. Aus Mangel anderer Alternativen. Beck, ja gut, ist wie gesagt immer so relativ solide, aber dann auch nichts Besonderes. Und ich glaube, dass Pavard da schon auch das ein oder andere Kabinettstückchen auspacken könnte. Also er hat ja einen feinen Fuß, das hat er ja des Häufigeren schon bewiesen. Nicht nur mit seinem Tor bei der Weltmeisterschaft. Wir erinnern uns alle gerne zurück an den legendären Vertikalpass im ersten Spiel. Ich glaube, es war sein erster Beikontakt oder sein zweiter oder so. Ja, großartig. Also davon bitte wieder mehr. Und dann geht es auch unserem Verein besser. Ja, was ich dann sonst noch so... Ach nee, ich möchte noch was bei Pavard kurz ansprechen. Es gab natürlich diese Tätlichkeit. Ich weiß nicht, hast du es sehen können von deinem Platz aus? Ja, das war wirklich, also weiß ich nicht, 20, 30 Meter direkt vor meiner Nase. Und ich habe zu meinem Nebensitzer gesagt, Videobeweis, rote Karte, Pavard, elf Meter. Und ich habe es dann zu Hause gesehen in der Zusammenfassung. Und ich muss sagen, Videobeweis, rote Karte, Pavard, elf Meter. Das ist halt ein klarer Elfmeter. Und er tritt ihn und dann schubst er ihn. Und gut, Dennis Eidkin hatte nicht seinen besten Tag. Aber das ist halt eine klare, rote Karte, muss man ja wirklich so sagen. Also warum tritt er ihn da? Und was ich mich gefragt habe, warum ist Benjamin Pavard so frustriert in der Szene? Also, weil das ist ja eine pure Frustaktion. Und es steht 0 zu 1. Okay, das ist kacke, aber es ist halt nur ein Tor. Aber warum ist er halt so dermaßen frustriert? Er macht sein erstes Spiel nach der Verletzungspause. Okay, es steht, wie gesagt, 0 zu 1. Aber es ist noch alles drin. Und dann tritt er ihn wirklich dumm im einen Sechzehner um und muss ja irgendwie wissen, hey, das ist eigentlich Rot und Elfmeter. Und er macht es halt trotzdem. Und das hat mich dann schon ein bisschen schockiert. Ich habe ja gerade eben gesagt, Pavard ist auch nicht so der richtige Abwehrchef. Einfach, weil er diesen Charakterzug nicht hat, den man da vielleicht braucht, um Chef zu sein. Aber kannst du dir vorstellen, dass er selber sich schon klar als Innenverteidiger sieht und das für ihn eine gewisse Degradierung war, dass Weinzier ihn auf rechts stellt? Dass er deswegen vielleicht auch schon so ein bisschen angefressen war? Boah, nee, also nee, gar nicht. Weil ich meine, er ist als Rechtsverteidiger jetzt Weltmeister geworden. Und ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass er da irgendwie Bad Feelings hat, weil er irgendwie auf rechts verteidigen muss. Also ich glaube, das ist ihm gerade wurscht. Und wie gesagt, umso weniger verstehe ich die Aktion von ihm, weil die war halt einfach gnadenlos dämlich, muss man so sagen. Ja, absolut. Mir ist da auch aufgefallen, als Insua das 1-1 geschossen hat, ist Pavard relativ emotionslos zurückgelaufen. Ich fordere natürlich jetzt nicht von jedem Spieler, dass er total durch die Decke geht, weil irgendein anderer Maß 1-1 geschossen hat. Aber ja, ist mir aufgefallen, so im kurzen Bildausschnitt, dass Pavard jetzt da nicht völlig ausgetickt ist, im Gegensatz zu den anderen Mitspielern, die sich ja dann doch schon sehr gefreut haben über diesen Ausgleich. Wolltest du gerade was sagen? Also er hat ja im Stadion doch so ein bisschen Fokus auf ihn. Und also ich möchte ihm jetzt wirklich keinen mangelnden Einsatz irgendwie vorwerfen, weil der hat sich echt komplett reingehauen. Und als er diese eine Szene mal ausgeklammert, bevor er irgendwie die Nerven verloren hat, warum auch immer, war er echt immer da und hat sich reingehauen. Und das gilt auch für die ganze Mannschaft. Also den Einsatz wählen darf und kann man da wirklich niemanden absprechen. Da gebe ich dir absolut recht. Abschließend vielleicht noch zu der Pavard-Geschichte. Aitikin hat ihm auch, glaube ich, deutlich zu verstehen gegeben, es hat jetzt wirklich nicht mehr viel gefehlt, um hier die Rote zu kassieren. Er hat so eine Geste gemacht, so die zwei Finger ziemlich eng zusammengehalten. Und da sah es für mich schon so aus, dass Aitikin ihm hier klar macht, Junge, du profitierst vielleicht auch von deinem guten Ruf, weil Pavard ist halt einfach nicht als querulant bekannt. Und deswegen gebe ich dir hier nochmal gelb. Ich kann mir auch vorstellen, dass Aitikin die Aktion mit den Beinen, also als Pavard, wer war denn das, wie hieß der nochmal, der Spieler von Freiburg? Freiburg, Schlotterbeck. Schlotterbeck, genau. Ich habe es mir nämlich so gemerkt, es gab so einen lustigen Tweet, jetzt hat der VfB und Freiburg einen Schlotterbeck auf dem Platz. Ja, genau. Der war gut. Weil bei uns am Eck draußen saß, ja, genau. Und es war echt scheißkalt, muss man so sagen, ja. Ja, das war ein guter Tweet. Ja, vielleicht hat er, wie gesagt, davon so ein bisschen profitiert. So, du hast es angesprochen. Der Einsatz war eigentlich in Ordnung, würde ich auch so sehen. Also, da würde ich jetzt auch niemanden kritisieren wollen. Was halt wieder sich eigentlich komplett durch die Saison zieht, ist diese Ideenlosigkeit. Das ist das, wo man sich letzten Endes dann auch fragen muss, woher kommt das? Wieso gibt es keinen Plan? Wieso erkennt man keine klaren Strukturen auf dem Platz? Keine, ja, Automatismen, die man jetzt ja schon dann auch mal erwarten dürfte, nach einer relativ langen Zeit unter Weinzierl, auch mit dem Trainingslager und so. Also, das ist ja insgesamt erschreckend aus meiner Sicht, oder? Ja, ich muss gestehen, also, das ist halt komplett subjektiv. Aber ich war gestern im Stadion echt entsetzt. Und ich war nicht der Einzige, weil um mich rum wurde auch gepiffen. Also, nicht nur in einer Kurve, sondern auch auf der Gegenraten. Also, wie sagt man schon, im Ballvortrag war der VfB halt komplett ideenlos. Also, der Klassiker war, Zieler weiß nicht, wohin er abwerfen soll, wirft dann kurz zu Kempf, der schleppt den Ball nach vorne und weiß halt nicht, wohin er spielen soll. Und dann spielt er halt irgendwie quer oder zurück. Ich habe heute gesehen, irgendwie Statistik, Passgenauigkeit, Kempf 93 Prozent, glaube ich. Ja, aber er hat halt immer nur quer oder zurück gespielt. Natürlich hat er irgendwie 93 Prozent. Und die Spieler wissen halt nicht, wohin sie den Ball spielen müssen. Da gab es ja die eine Situation in der zweiten Halbzeit, als der VfB in Konter läuft. Ich glaube, drei gegen zwei ist es dann halt, wo der S-Weind den Ball führt. Er schließt dann halt selber ab. Aber du siehst ja, er guckt nach links und nach rechts und er weiß halt nicht, wohin er spielen soll. Und es gibt halt keine Automatismen. Und das ist halt schon ein bisschen dürftig. Vor allem, wenn man halt sieht, wie dann Freiburg in der Reaktion halt agiert. Und ich meine, Freiburg, die haben halt echt nicht gut gespielt. Und ja, und Freiburg ist halt so ein Regal auf Augenhöhe. Die sind halt nicht drüber und nicht drunter, aber die sind halt nicht besser als wir. Aber die wissen halt, wenn sie kontern, genau, wohin der Ball kommen muss, weil dort jemand läuft. Und diese Automatismen, die fehlen dem VfB komplett, nach wie vor. Ja, den Konter, den du angesprochen hast, den habe ich mir auch notiert. Das war wirklich merkwürdig zu sehen, dass der VfB eigentlich in einer Überzahlsituation nicht richtig wusste, wie sie diese Überzahlsituation jetzt ausspielen müssen. Also dazu brauchst du ja eigentlich keinen Trainer. Das sollten ja so gestandene Profis wissen, wie sie sich jetzt zu positionieren haben. Und es war ein, der dann sich überlegt, okay, dann ziehe ich halt selber ab, hat im Endeffekt noch das Maximum rausgeholt, nämlich eine Ecke. Ja, absolut. Der Abschluss war ja gut, der kann auch reingehen. Ja, ja, klar, der ist schon zwar nicht schlecht. Aber es ist halt eine Überzahlsituation und eigentlich muss man die ausspielen. Und er hat halt keine andere Möglichkeit, als irgendwie durchzulaufen und dann aus, weiß ich nicht, 20, 18 Metern abzuziehen. Aber das war verheerend. Normalerweise muss das ein Tor sein. Aber es gibt halt keine Automatismen in diesen Situationen, wo man weiß, ich spiele den Ball immer dahin. Und wenn das nicht geht, spiele ich ihn dahin. Also, und deswegen war vermutlich auch Eswein der Spieler des Spiels, weil das einer ist, der kann halt auch ohne taktische Anweisungen gut spielen. Weil er ist schnell, er ist robust und er macht halt das Beste draus. Ja, aber es war schwierig, das irgendwie anzugucken. Ja, Eswein hat mir auch ganz gut gefallen. Es sind natürlich jetzt erst drei Spiele, aber bislang würde ich sagen, hat er, oder ist ja eine Verstärkung für den VfB. Und eine gute Verpflichtung. Bei Zuber bin ich noch nicht ganz so entschlossen. Ja, also da habe ich das Gefühl, dass er irgendwie noch nicht so richtig auf 100 Prozent läuft. Also, gestern auch wieder kein schlechtes Spiel, aber fällt halt auch kaum auf, gliedert sich in dieser eher dürftigen Leistung so ein bisschen mit ein. Und das ist mir dann zu wenig, ja, von dem guten Herrn Zuber. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass er alles gibt, um hier beim VfB bleiben zu dürfen. Vielleicht ist auch momentan das, was er zeigt, alles, was er geben kann. Aber ja, das ist jetzt für mich bislang nicht so überzeugend gewesen. Wie gesagt, anders bei S-Wein, der mir ganz gut gefallen hat in seinen drei Auftritten bislang für den VfB. Also, der könnte schon noch vielleicht wichtig werden. Genau, aber wenn du dann überlegst, dass irgendwie rechts auf dem Flügel der S-Wein spielt, der aus der dritten Liga kommt, und links auf dem Flügel der Zuber spielt, der aus der Champions League kommt, dann muss man sich halt auch schon wieder fragen, irgendwie, ey, das passt doch nicht. Und ich habe es ja, das war halt dann direkt von meiner Seite, also vor dem 2-2-Ausgleich in der 94. Da war der Ball ja eigentlich geklärt und dann legten der Zuber halt irgendwie zurück und zu kurz und dann wird es halt erst mal wieder gefährlich, wo ich denke, ey, dann kicken doch raus. Also, das ist irgendwie alles so maximal frustrierend wieder. Ja, aber das ist halt irgendwie so das Gesamtbild. Es passt halt gerade irgendwie alles nicht zusammen. Ja, da hat sich Zuber nicht besonders clever angestellt. Ja, zu S-Wein nochmal, weil du es gesagt hast, er kommt aus der dritten Liga oder sogar aus der Regionalliga, wenn ich es... Oder vierte sogar. Ja, vierte Liga. Ja, ich finde, das wurde hier in Stuttgart auch von dem einen oder anderen ein bisschen zu negativ aufgefasst, weil was er gemacht hat, ist eigentlich sehr löblich. Er hat gesagt, ich möchte spielen und wenn ich halt in der vierten Liga spiele, spiele ich halt in der vierten Liga. Da gibt es auch genügend andere Profis, die sagen, okay, wenn ich nicht zum Zuge komme, ja, dann setze ich das halt eben da aus. Aber er wollte spielen, hat sich angeboten und ja, die Hertha, beziehungsweise die zweite Mannschaft, hat das dann dankend entgegengenommen und er durfte da ab und zu mal mitspielen. Also ich finde diese Herangehensweise von ihm jetzt gar nicht so verachtenswert und ich würde auch jetzt nicht sagen, dass das für seinen aktuellen Qualitätsstand gesprochen hat, also die vierte Liga, sondern das war im Endeffekt seine Möglichkeit, noch ein paar Spielminuten irgendwie auf die Uhr zu bekommen. Von dieser Spielzeit profitieren wir auch ein Stück weit, weil wenn du dann einen Spieler verpflichtest, der wirklich ein halbes Jahr gar nicht gespielt hat, kann das auch eine Weile dauern, bis der ins Laufen kommt. Also manchmal gibt es halt einfach, dass sich zwei nicht so gut verstehen. In dem Fall waren es dann der Trainer und der Spieler. Das ist natürlich eine sehr ungünstige Konstellation, meistens für den Spieler und wir profitieren vielleicht jetzt davon. Also ich habe ja auch schon bei der Verpflichtung gesagt, ich finde das jetzt nicht die dümmste Verpflichtung. Alex Esswein. Nee, absolut okay. Ich denke, dass halt Michael Reschke halt, ihm dann halt, also im Esswein halt, während den es erwiesen hat, dass er die Verpflichtung halt unmittelbar nach dem Anpfiff ankündigt, wie so ein Welttransfer. Du denkst dir irgendwie, hey, da kommen jetzt irgendwie, weiß nicht, Mesut Özil oder Neymar oder so und dann heißt es, hey, wir holen einen Viertligaspieler. Aber dass er uns hilft und er hilft uns jetzt ja wirklich, also ich meine, er war Spieler des Spiels, auch beim Kicker, und er bringt halt eine Komponente rein, die wir nicht hatten. Er ist schnell, er ist robust und er sorgt für Unordnung in der Verteidigung des Gegners. Ist ja, ist jetzt sehr unbezweifelt. Also es war halt eher so, wie er wieder angekündigt wurde, dass man dann höhere Erwartungen hatte und dann kommt halt einer, der, weiß nicht, bei der ersten Mannschaft von Berlin aussortiert wurde und der kommt dann halt und dann, ja, da hat man natürlich irgendwie mehr erwartet. Aber man muss ja sagen, irgendwie bislang ist er eine Verstärkung. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er, wenn es hart auf hart kommt, mit in die zweite Liga geht. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Alex Eswein über das halbe Jahr hinaus auch beim VfB bleiben könnte. Müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber bislang sieht das gar nicht so verkehrt aus. Ja, dann können wir eigentlich kurz noch die letzten drei Tore abhandeln. In Suha hat mal wieder getroffen gegen Freiburg, wenn er trifft, dann gegen Freiburg. Und ich fand, das war auch ein sehr, sehr gut vorgetragener Angriff. Fragt man sich wieder, wir haben jetzt kritisiert, Automatismen, Ideen im Spiel, wieso gelingt das einfach nur so selten? Ja, es war ja wirklich ein toller Angriff und man hat gesehen, dass da Leute sind, die gut Fußball spielen können, die dann doch plötzlich gedankenschnell sind. Auch das ist mir wieder in diesem Spiel aufgefallen. Das ist manchmal so verschlafen, wie es da von hinten herausgespielt wird von unserer Mannschaft. Das ist höchstens Zweitliganiveau teilweise. Keine Ahnung, wo das herkommt, weil das sind alles prinzipiell hervorragende Kicker, aber trotzdem schleicht sich das immer wieder in die Mannschaft ein. Aber in dieser 75. Minute haben wir einen tollen Angriff gesehen. In Suha trifft 1-1. Ich denke mal, mit dem Ergebnis hätten wir eigentlich leben können, weil bis dahin war für mich Freiburg die bessere Mannschaft, hat den VfB ins Spiel zurückkommen lassen. Ich glaube, die hätten den Sack vorher zumachen können, aber ich war ganz zufrieden mit dem 1-1. Ich weiß nicht, wie es dir ging. War dir klar, jetzt müssen wir auch noch aufs Zweite gehen oder warst du eigentlich zufrieden mit dem Unentschieden? Nee, absolut. Weil ich glaube, Freiburg hat ja nach, wie viele waren es, neun Sekunden in der zweiten Halbzeit da die Riesenchance, wo du echt denkst, das kann doch nicht sein. Ich meine, ihr lasst euch irgendwie in der ersten Halbzeit irgendwie so verarschen und dann gleich nochmal. Kann ja nicht sein. Also insofern war ich, wäre ich mit dem Punkt oder am Ende war ich mit dem Punkt dann auch total zufrieden. Ja, und man jubelt halt drüber und dann fragt man sich aber schon, warum kommt denn der Enzua so aus der Mitte von halb rechts irgendwie in den Strafraum gelaufen? Also das war ja auch dann mehr oder weniger ein Zufallsprodukt. Also der, also González legt super ab mit der Brust. Ich hatte erst gedacht, hey, der will den irgendwie stoppen und dann selbst abschließen. Nee, aber wir wollten wirklich so ablegen und der Abschluss ist klasse. Ein großartiges Tor und man wünscht sich ja fast zu glauben, das wäre so gewollt gewesen. Aber irgendwie, ja, der Enzua hat ja auf der Position mehr oder weniger nichts verloren. Also ich weiß nicht, warum er da stand. Ich glaube, das war so ein Kniff von Weinzierl, dass er hinten die Viererkette aufgelöst hat und dann nur noch mit Dreierkette gespielt hat beziehungsweise halt die zwei Innenverteidiger, Kabak und Kempf. Und ja, Pavard war nicht ganz so offensiv wie Enzua und Enzua scheidet sich ja doch schon häufiger mal gerne mit in die Angriffe mit ein und irgendwie ist er da dann in der Mitte gelandet. Das war für uns dann nicht so schlecht. Na gut, ich meine, wenn Enzua irgendwie im Strafraum auftaucht, wird er meistens spektakulär. Ich erinnere mich da an das, das war glaube ich im letzten Jahr dann das, im vorletzten Jahr das 2 zu 3 dann gegen Dresden, wo er irgendwie in den Strafraum irgendwie eingedrungen ist und dann noch einen ausgespielt und irgendwie reingeschippt hat, also wirklich sensationell und wenn er mal vorne zum Abschluss kommt, dann wird es halt meistens großartig. Ja, der kann schon kicken, das ist schon richtig. Also da bin ich auch froh, dass er so ein bisschen wieder die Kurve bekommen hat. Da sah es auch mal in der Hinrunde eher so danach aus, dass er vielleicht die besten Tage hinter sich hat. Jetzt hat er zuletzt oder gegen Freiburg ganz unordentlich gespielt. Ich glaube auch gegen München war das nicht allzu schlecht, was er da gezeigt hat. Also ja, kann ich mit leben. Er kann natürlich wie alle anderen Spieler auch sich noch deutlich steigern und dann sieht er schon besser aus. Das 2 zu 1 durch Daniel Didavi hat mich natürlich persönlich gefreut für Daniel Didavi, der endlich mal wieder für den VfB getroffen hat und auch, weil das Tor wieder schon wieder das 1 zu 1 sehr, sehr schön herausgespielt wurde. Und ja, diese Tore machen mir dann schon Hoffnung. Also wenn irgendwas mir Hoffnung macht, dann diese Tore. Die haben mir gezeigt, die Jungs, dass sie es theoretisch können und ja, wir brauchen jetzt nicht wieder darüber sprechen, wie wichtig Didavi sein könnte, wenn der fit ist. Ich meine, das haben wir das letzte Mal schon gemacht, aber es war halt einfach dann auch gut, dass man bestätigt, live zu sehen, dass er wirklich die Qualität noch hat und auf dem Platz dann auch immer noch das zeigen kann, was man eigentlich von ihm vom ersten Spieltag an erwartet hat. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich habe ja übrigens, das kann ich vielleicht auch nochmal kurz sagen, ich habe ja übrigens geliebäugelt mit einer Art Dortmunder Aufstellung, dass wir uns hier auch mit so einem 4-2-3-1 spielt. Mir gefällt das System eigentlich ganz gut und dann kannst du Didavi wirklich schön als Zehner einsetzen. Klar, das ist für den VfB vielleicht nicht ganz so einfach zu spielen, wie es die Dortmunder hinbekommen, liegt natürlich am Spielermaterial, das zur Verfügung steht, aber ich glaube, dass Didavi mir momentan besser gefallen würde als Donis und Gonzales. Also einer von den beiden, Donis und Gonzales, den würde ich dann, glaube ich, opfern. Wahrscheinlich Donis, weil der hat nicht so gut gespielt und dann gerne mit Gonzales vorne im Sturm und Didavi dann dahinter, das würde mir ganz gut gefallen. Ja. Gut, dann kommen wir zur ganz entscheidenden Situation, nämlich die gelb-rote Karte für Mario Gomez, die natürlich dann aus Stuttgarter Sicht nicht nur umstritten war, sondern die meisten haben sich tierisch darüber aufgeregt. Zu Recht möchte ich gleich dazu sagen, ich bin auch der Meinung, dass das prinzipiell zu hart war, gelb-rot zu zeigen, aber rein von den Regeln her vertretbar war. Ja, also ich, ich, ich tue mich natürlich schwer damit, wenn das innerhalb von vier Minuten passiert, weil da kann man natürlich schon vom Schiedsrichter verlangen, dass er ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl weiten lässt und Gomez ist jetzt auch kein Spieler, der dafür bekannt ist, ständig unfair zu spielen, ja, aber prinzipiell ist es halt so, wenn du mit dem Ellbogen so in den Zweikampf gehst, kann der Schiedsrichter das mit Gelb bestrafen und es ist, es ist halt dann einfach doof gelaufen für Mario Gomez, er hat dann gelb-rot bekommen. Ich weiß nicht, wie es du so gesehen hast, aber ich denke mal, dir wird es ähnlich gegangen sein wie den meisten, hast du ja verwundert, die Augen gerieben. Ja, das ist eine schöne Umschreibung, also in Wirklichkeit habe ich natürlich vom Platz aus den Schiedsrichter übelst beschimpft, ja, so, aber, nee, aber wenn man es halt so in der Retrospektive betrachtet, klar, dann kann man halt sagen, der Schiedsrichter sagt, hey, du hast gehustet, ich gebe dir Gelb, wenn du nochmal hustest, dann kriegst du Gelb-Rot, und er hustet nochmal um Krieg Gelb-Rot, ne, ich habe jetzt die erste Situation nicht gesehen, die war, glaube ich, Gelb, von der zweiten gibt es halt eine super Slow-Mo und er springt halt hoch und wenn man springt, muss man die Arme hochnehmen, weil sonst springt man halt nicht, ne, und er trifft ihn und der Freiburger Spieler, ich weiß seinen Namen nicht, der geht halt zu Boden, als ob er halt irgendwie einen Bauchschuss bekommen hätte, ja, und dann zeigt er halt Gelb und, boah, ich weiß nicht, ne, und ich tue mich da so ein bisschen schwer in der persönlichen Bewertung, Dennis Aytekin ist halt irgendwie ein renommierter Schiedsrichter, Mario Gomez hat in seinen, weiß nicht, gefühlten 60 Profi-Jahren noch nie eine gelb-rote Karte bekommen, noch nie einen Platzverweis bekommen, und er stellt ihn halt innerhalb von vier Minuten raus, boah, und da weiß ich nicht, ob es da nicht vielleicht doch nochmal eine Verwarnung getan hätte und sagt, Junge, lass die Arme unten, sonst schmeiße ich dich raus, ne, und da ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, dass sich Dennis Aytekin dann vielleicht ein bisschen zu wichtig nimmt, ne, und dann sagt, hey, jetzt schmeißt du den Gomez raus, weil dann, ja, geil, ne, aber wie gesagt, ganz subjektive Meinung, weiß nicht, ob die jetzt zutrifft, aber ich fand's halt, ja, komplett daneben, also allein die Statistik, ne, also Gomez hat in seiner ganzen Profi-Karriere noch nie einen Platzverweis kassiert, und jetzt innerhalb von, ich glaube es waren fünf Minuten oder so, es war extrem schnell, ich hab jetzt die Daten, wenn man das so sagen kann, nicht vor mir, aber es war extrem schnell, vier, fünf Minuten, und klar, und andererseits sagt der Schiedsrichter, hey, wenn du so reingehst, zeige ich dir gelb, und dann geht er nochmal so rein, dann zeig dir halt gelb-rot, ja, klar, okay, aber das ist halt wieder dieses Thema Fingerspitzengefühl, und das war halt nicht da einfach, ne, ja, ist halt so. Was mich gewundert hat, dass Dennis Eytekin hier nicht das gemacht hat, was ihn für mich in den letzten Jahren eigentlich ausgezeichnet hat, nämlich, äh, eine gute Ansprache, also, das fand ich immer bei ihm sehr gut, dass er im richtigen Moment sich die Spieler zur Seite nimmt, klare Ansagen macht, und das dann eigentlich auch zur Beruhigung des Spiels beigetragen hat, also ich finde, dass Dennis Eytekin schon eine gute Entwicklung genommen hat, und auch einer der besten Schiedsrichter in der Bundesliga ist, aber hier, ja, muss man wahrscheinlich sagen, äh, haben beide eher unglücklich agiert, Gommes, weil er halt einfach wirklich so blöde ist, und vier Minuten, nachdem er gelb gesehen hat, im Endeffekt mit derselben Aktion sich nochmal eine gelbe abholt, und Dennis Eytekin, weil ihm einfach das Fingerspitzengefühl in diesem Moment gefehlt hat, viele sprachen danach natürlich von einer Konzessionsentscheidung, weil es diese Pavard-Nummer gab, es gab, glaube ich, auch nochmal eine Situation mit Kabak, wo der ein oder andere, ähm, mehr gefordert hat, oder verwechsel ich das jetzt mit dem Spiel, gab es da nicht so eine Situation, und das, 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 das hat halt irgendwie geklärt, also das war auch irgendwie auf unserer Höhe, und ich hab ja, äh, also konsequent gesagt, das war Ball gespielt, aber gar kein Faul, aber er hat, glaube ich, Geld bekommen und der Freistoß, aber für mich war das irgendwie, äh, regulär geklärt, aber wie gesagt, es war Stadionsicht. Ja, das, mir war da was im Hinterkopf, aber nicht so sehr, dass ich jetzt, äh, wirklich sagen würde, ja, da hätte es einen Platzverweis geben müssen oder dergleichen, aber gut, vielleicht spielte das auch noch mit eine Rolle, definitiv ausschließe, ist, dass dieser Platzverweis das 2 zu 2 verschuldet hat, das schließe ich einfach aus, weil ich glaube, das Tor wäre so oder so gefallen, weil der Fehler eigentlich von Zuber begangen wurde, also da hätte auch ein Gommis-Ding mehr geklärt. Also auch das war ja wieder dann direkt vor meinem Platz irgendwie 20 Meter entfernt und hey, das Ding ist halt geklärt, ich glaube, in Zuber erkämpft sich den Ball, spielten nach vorne und irgendwie zu, knallen nach vorne, dann pfeift er ab und ist es gut und er legt ihn halt wieder kurz nach hinten ab und er legt ihn halt zu kurz ab und, und Freiburg kommt wieder an den Ball, spielt ihn halt auf einen anderen Flügel, dann kommt die Flanke und dann ist das Tor und das war so ärgerlich halt, ne, also wo man echt sagt, ey, es ist 94 Minuten, es ist sofort Schluss und dann fangt er auch nicht an, klein, klein zu spielen, nimm den Ball und hau ihn nach vorne und er spielt ihn halt zurück und er spielt ihn halt zu kurz zurück und dann ist der Ball weg. Also natürlich hat Dennis Eytekin null Schuld daran, dass das 2 zu 2 gefallen ist, gar keine Frage, aber trotzdem hat er nicht gut gepiffen, aber das war dann natürlich komplett eigenes Verschulden, also auch dann die direkte Situation, die zum Tor führt, kann man glaube ich besser verteidigen, als das, was da geschehen ist, aber den Ursprung, da hast du recht, der war halt auf der linken Seite, als der VfB den Ball hat, ich glaube, in Zuber spielt er nach vorne, im Zuber lässt ihn halt viel zu kurz prallen, anstatt ihn halt irgendwie zu schlagen und dann ist der Ball wieder weg. Ja, absolut, also da bin ich ganz bei dir, Dennis Eytekin hat mit dem Gegentor letzten Endes nichts zu tun, aber die anderen Szenen, die er so pfeifen musste, da ist Steigerungspotenzial. Was ich ein bisschen schade finde, ist natürlich, dass Gomez jetzt für Düsseldorf ausfällt, weil zweifelsohne, auch wenn er momentan nicht so besonders gut drauf ist, ist es ein wichtiger Spieler für uns, der dann auch mal ein Tor aus einer Situation macht, wo man eigentlich kein Tor erwartet und so eine Qualität fehlt uns, Punkt. Es reicht schon, wenn du ihn einwechseln kannst, das sorgt einfach schon dafür, dass die Innenverteidiger wissen, jetzt kommt Mario Gomez, wir müssen besonders gut aufpassen, was Kopfbälle angeht, was, obwohl der jetzt natürlich auch nicht das Mega-Kopfballungeheuer ist, aber er hat die Größe, kann Bälle ablegen, hat auch immer diese merkwürdige Technik drauf, die immer ein bisschen ulkig aussieht, aber dann doch erfolgsversprechend ist, also es ist schon schade, dass er jetzt ausfällt, das kotzt mich wirklich an. Ein weiterer Kritikpunkt war die 5-minütige Nachspielzeit, auch da bin ich bei fast jedem, der sagt, das ist zu lang, ich glaube auch, dass 4 Minuten angebracht gewesen wären, aber dann muss ich hier auch wieder sagen, das Tor wäre dann auch gefallen bei einer 4-minütigen Nachspielzeit, also das sind für mich so Dinge, ich kann mich mit sowas nicht mehr auseinandersetzen, sage ich dir so, wie es ist, ich ertrage das nicht mehr nach jedem Spiel, über so eine Scheiße zu diskutieren, wie Nachspielzeit, Schiedsrichterentscheidungen, Fitnesszustände oder anderen Quatsch. Was ich da gesehen habe, war 90 Minuten lang Kackfußball vom VfB und es gab zwei einigermaßen gute Situationen, die dann zum Tor geführt haben, aber insgesamt hat der VfB eigentlich, wenn überhaupt, diesen einen Punkt verdient, zu Hause gegen Freiburg und alles andere, was drumherum passiert ist, Schiedsrichterentscheidungen, gelb-rote Karten, die natürlich auch Schiedsrichterentscheidungen sind, Nachspielzeit und was weiß ich alles, das ist für mich alles eigentlich völlig egal, weil das, was ich in den 88 Minuten zuvor gesehen habe, so schlecht war, dass ich hier nicht über einen Schiedsrichter diskutieren brauche, aus meiner Sicht. Die Spieler sollten kritisiert werden, nicht der Schiedsrichter. Ja, und da weiß ich halt auch gar nicht, ob man die Spieler kritisieren muss oder dann, um das Fass mal aufzumachen, den Trainer, weil ich hatte jetzt zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, als ob die Spieler es an Einsatz missen lassen. Die waren echt bemüht. Also ich habe jetzt heute auch dann die Noten gelesen, also die, und dass Ascassi war irgendwie total schlecht abgeschnitten hat und diese und jener. Und ich fand Santi wieder relativ gut, weil der hat sich halt reingehauen. Und er wird halt, ob der Mangel in der Kadergestaltung jetzt in irgendeine Spielgestalterposition reingepresst, die er halt nicht ausfüllen kann. Und natürlich spielt er dann Fehlpässe, weil das halt nicht sein Naturel ist. Aber der ist gegrätscht, er hat gekämpft, er hat sich reingehauen. Da gab es eine Situation, da ist er irgendwie wirklich relativ heftig abgeräumt worden, hat dann irgendwie, weiß ich nicht, sich dreimal überschlagen und der stand halt sofort wieder. Und auch Pavard, ich meine, also das ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen populistisch, aber der spielt ihn kurz kurz im Gegensatz zu anderen. Und auch der hat sich reingehauen. Also da war am Ende wirklich kein weißes Trikot mehr sauber. Alle hatten irgendwie relativ derbe Schmutzflecke. Die haben sich alle reingehauen. Also und auch die Kurve hat ja nicht gerufen, wir wollen euch kämpfen sehen, weil das haben sie gemacht. Aber sie wussten halt einfach nicht, was sie machen sollten. Das hat angefangen mit Ron-Robert Zieler, der hatte den Ball und er wusste nicht, wo er ihn hinspielen soll. Er hat dann halt meistens zu den Innenverteidigern abgeworfen. Die haben dann halt unter sich quer gespielt und dann im Zweifelsfall wieder zurück zu ihm gespielt. Und da verstehe ich halt dann wirklich nicht, was der Plan ist. Also was ist der Plan für die Spieleröffnung? Das habe ich halt gestern komplett nicht gesehen. Also was sie machen wollen. Ich habe gleich noch eine gute Frage für dich, aber ich wollte noch was zu Aska Sibar sagen. Da habe ich das Gefühl, dass er momentan einfach versucht, zu viel auf dem Platz zu machen. Also die Intention ist positiv, aber die Umsetzung wirkt dann manchmal sehr fahrig. Also es fehlt halt so die Übersicht im Spiel von ihm. Er rennt da in den Sechzehner mit rein, weil er helfen will. Also der ist ja nicht zu faul, irgendwie sich zu bewegen, sondern der ist ja völlig übermotiviert und möchte das Tor verhindern, sorgt aber dann dafür, dass der Rückraum überhaupt nicht mehr abgedeckt ist und er letzten Endes so mit fast schon das Tor verschuldet, dass er da zu schläfrig ist und den Rückraum einfach nicht richtig abdeckt. Für den ist er eigentlich zuständig in diesem Moment. Und da weiß ich auch nicht, ob da nicht dann vielleicht so ein Gentner ein bisschen mithelfen muss, den Spieler zu führen oder ob ein Weinzier da nicht konkreter werden muss in seinen Anweisungen. Das kann ich alles nicht beurteilen, weil ich natürlich nicht bei Mannschaftssitzungen dabei bin. Aber da bin ich jetzt schon bei der Frage, die ich gerade eben angeteast habe. Die Frage, die man sich jetzt wirklich mal langsam stellen muss, ist, welcher Spieler wurde eigentlich unter Markus Weinzier besser? Welcher Spieler hat einfach, ja, den nächsten Schritt gemacht beziehungsweise bei welchem Spieler erkennt man eine Entwicklung? Und ich habe mir diese Frage gestern bestimmt 25 Minuten auf dem Laufband gestellt und bin den Kader durchgegangen und ich habe keinen Spieler gefunden. Jetzt bin ich gespannt, ob dir einer einfällt. Nein. So, und das sagt doch schon eine Menge über den aktuellen Stand aus. Wir können jetzt natürlich darüber streiten, liegt das jetzt am Trainer, liegt das an den Spielern, liegt das an der Zusammenstellung des Kaders, was auch immer. Aber das ist doch erstmal ein Fakt, dass kein Spieler eine positive Entwicklung in den letzten Monaten, lass mal das Weinzier weg, reden wir einfach über die, über die komplette Saison bislang. Weil unter Korkut hat sich auch keiner mehr verbessert, muss man auch ehrlicherweise sagen. Nee, ist so, klar. So, da merkt man halt einfach, dass da überhaupt keine Entwicklung mehr stattfindet bei Spielern, die wir vor einem Jahr noch als hoch veranlagt angesehen haben. Ein Asker Sieber ist im Endeffekt auf dem gleichen Entwicklungsstand wie, ja, vor einem Jahr stehen geblieben. Oder vielleicht hat er sich noch leicht verbessert mit der guten Rückrunde. Aber dann hat er vielleicht wieder den Schritt zurück gemacht und ist jetzt auf demselben Niveau wie er vor einem Jahr war. Also da ist relativ wenig passiert. Auch bei Pavard, muss ich ganz ehrlich sagen, gab es die gute WM. Ja, und es gab auch eine gute Rückrunde, gar keine Frage. Aber die Hinrunde, die wir dann gesehen haben, die war auch jetzt nicht unbedingt ein weiterer Entwicklungsschritt, den man sich mit Sicherheit von ihm auch erwartet hat, nachdem er eben mal so ein großes Turnier spielen konnte. Da fehlte es auch. Ziele leistungstechnisch eher so ein bisschen rückläufig. Die alten brauchen wir gar nicht alle mit jetzt hier anführen. Da war es ja eh klar, dass die im Großen und Ganzen über ihrem Zenit hinaus sind. Aber jetzt natürlich die Frage, liegt es am Trainer oder ist es halt einfach Pech, weil es insgesamt nicht läuft? Ich glaube echt, es liegt halt eher am am VfB. Also der Einzige, den ich halt als Ausnahme anführen wollte, ist Nicolas Gonzalez. Also der war ja in der Hinrunde wirklich, der Chancentod trifft das leere Tor nicht und überhaupt. Also der scheint sich ja echt so ein bisschen zu mausern. Jetzt hat er getroffen, jetzt hat er zwei Assists gemacht und du hast gesehen, der hat ein bisschen Übersicht. Also ich halte ihn ehrlicherweise nach wie vor für einen Chancentod, weil auch gegen Freiburg muss er das Tor machen und er schafft es halt nicht. Aber der ist halt rege, er bewegt sich viel, er schafft Räume, er schafft Chancen, er hat die Übersicht, um gut abzulegen und davon zeugen halt dann die zwei Assists, die er gemacht hat. Ich finde, ja, nach wie vor, er liegt halt viel zu oft auf dem Rasen. Aber ja, also ich denke, der kann uns helfen, ob er jetzt halt wirklich dann die 8,5 oder 9 Millionen wert ist, die man für ihn gezahlt hat, ist eine andere Frage. Aber der Typ ist noch so jung, der hat eine Menge Potenzial und ich glaube, der kann auch einer werden. Aber das ist halt auch der Einzige im ganzen Kader, von dem man sagen könnte, der ist in dieser Saison irgendwie besser geworden. Weil wir müssen hier nun mal durchgehen. also die Bank gestern waren unter anderem Tommy, Beck, Badstuber, die Davi und habe ich irgendwie vergessen und Gomez. ich meine, da musst du mir überlegen, also was da für ein Gehalt auf der Bank sitzt. Castro hast du gesagt. Wen habe ich gesagt? Castro? Castro auch noch. Ja, kommt auch mal drei Millionen dazu. als Verstärkung saßen auf der Bank. Sosa und Maffeo, die super duper Außenverteidiger-Talente nicht mal im Kader. Ja, und das ist halt schon übel. Also es hat sich außer eventuell González niemand verbessert und eigentlich haben sich alle irgendwie verschlechtert. Ja, und das scheint auch nicht viel besser zu werden in den nächsten Spielen, wo wir gleich bei der Frage der Woche wären. Ich muss das Tempo ein bisschen anziehen, wir haben ja noch ein großes Thema hier. Und zwar habe ich gefragt, wie viele Punkte holt der VfB aus den verbleibenden 14 Partien? Ich habe zur Auswahl gegeben, weniger als 10, 10 bis 19 oder mehr als 20. Ihr merkt, 20 wäre keine Option gewesen, das habe ich erst danach festgestellt, dass 20 ja theoretisch auch möglich wären, aber wir wollen jetzt mal nicht so sein. Ich denke mal, jeder wusste, was ich meine. Und das Ergebnis, ja, war dann eigentlich, ich habe es so erwartet, aber ich bin dann trotzdem überrascht gewesen, 40 Prozent sagten weniger als 10, 55 Prozent waren der Meinung 10 bis 19 und 5 Prozent sind sogar der Meinung mehr als 20. Sebastian, wo würdest du dich ungefähr eingliedern wollen? Ich habe heute so eine schöne Hochrechnung gesehen und ich weiß gar nicht mehr, wo die gelandet ist, aber ich glaube, ich würde mich auch eher in der Mitte sehen. Ich habe mir dann heute Morgen mal den Spaß erlaubt und die restlichen 14 Spiele nicht direkt getippt, aber getippt, wie viele Punkte der VfB da so holen wird. Und du kannst ja jetzt mal deinen Tipp mit mir abgeben. Also jetzt am Sonntag spielen wir gegen Düsseldorf. Das ist natürlich auch wieder ein ganz, ganz wichtiges Spiel und ich glaube, dass es gar nicht so schlecht für uns ist, dass Düsseldorf am Mittwoch auf Schalke im DFB-Pokal spielen muss. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Vielleicht wird das eine anstrengende Nummer für die Düsseldorfer und sie haben ja jetzt auch nicht so einen riesigen Kader und so einen vor allen Dingen breiten Kader, dass man das einfach mal so kompensieren kann, so eine englische Woche, die vielleicht anstrengend ist. Also da hoffe ich einfach mal, dass die ein bisschen müder sind als wir und wir vielleicht dann davon so ein bisschen profitieren könnten. Da habe ich gesagt, da holen wir einen Punkt. Was sagst du? Ja, da holen wir drei, weil sonst können wir den Laden eigentlich auch dicht machen. Okay, das ist eine schöne Argumentation. Dann kommt Raba Leipzig zu Hause. Null, habe ich auch gesagt. Bremen auswärts. Einen, optimistisch. Okay, obwohl ja, ja, ich gebe dir zum Nachhinein, also zuerst habe ich gesagt, nee, schließe ich auch, aber im Nachhinein jetzt gebe ich dir recht, denn Bremen muss man ganz ehrlich sagen, ja, die haben auch irgendwie, das ist auch irgendwie so ein Himmel und Hölle, ja, also gegen Nürnberg, das war richtig schlecht jetzt und zuvor hatten sie ja ein tolles Spiel gegen Frankfurt war das, glaube ich, also da weiß man auch nicht so richtig, was man bekommt, aber Werder zu Hause ist immer, immer unangenehm, also. Genau, in der Hinrunde haben wir irgendwie super schlecht gespielt und drei Punkte geholt, deswegen denke ich, dass mit einer mittelmäßigen Leistung auch ein Punkt drin ist. So, jetzt Hannover, drei Punkte, oder? Ja, wie gesagt, sonst kannst du den Klub abmelden. Absolut, in Dortmund, Bonusspiel. Ja, ist ein klarer Nuller. Nuller, habe ich auch gesagt, so dass, ich sage es absichtlich, nur um die Leute zu ärgern, das Derby gegen Hoffenheim, habe ich gesagt, ein Unentschieden. Ja, ich wollte sagen, zu Hause kannst du einen Punkt holen, ja. Ja, muss auch drin sein, also, wir stehen dann wirklich, wie man so schön sagt, mit dem Rücken zur Wand in Frankfurt. Ja, das ist eigentlich, nee, Null. Ja, sehe ich auch so. Zu Hause gegen Nürnberg? Müssen drei sein. Ja, sehe ich auch so. In Leverkusen? Gut, traditionell null Punkte. Ja, dann kommen wir schon zum Aussatzspiel gegen die Augsburger. Ja, das ist halt so, da kann halt irgendwie von Null bis Drei alles drin sein. Ich sage mal, es ist ein Punkt. Habe ich auch gesagt, ein Punkt und Weint hier bleibt. Man muss ja immer, man muss ja immer wieder zutippen. Oder man weiß, vielleicht ist zu diesem Zeitpunkt schon Gisdol im Amt. Man weiß es nicht. Oh Gott. Also, du lachst so, als ob das völlig abwegig wäre. Das wäre ja Mirko Slomka, ja. Ja, obwohl, eigentlich mittlerweile ist ja scheißegal. Ja, das wechselt sich ja alle halb Jahre. Also, du kannst eigentlich jeden hinsetzen. Ist völlig was. Schlotter, Matthäus, lasst alle mal mitmachen. Dann zu Hause gegen Gladbach. Boah, Gladbach ist Zweiter, ne? Also, ich sage mal, ganz optimistisch, das ist ein Punkt. Wow, okay, das darf ich nur sagen. Ja, du bist halt irgendwie völlig überzogen, aber ich sage halt mal einen Punkt. In Berlin? Da würde ich dann eher Null sagen. Ja, sehe ich genauso. Zu Hause gegen Wolfsburg? Drei. Okay, da habe ich einen gesagt, weil ich rechne damit, dass Ginzek sich definitiv nochmal rechnen möchte. Ja, natürlich, ja, ja, klar. Und dann, auf Schalke, letztes Spiel. Äh, Null. Null. So, dann komme ich bei dir auf vier, sieben, acht, elf, zwölf, dreizehn, ich sage, sechzehn Punkte. Oh! Du sagst so euphorisch, wow, aber jetzt schauen wir mal. Sechzehn Punkte, dreißig, dreißig, dreißig. Also, es reicht auf jeden Fall für Platz 16, glaube ich. Aber ich glaube, viel mehr wird es nicht mehr. Also, ich bin äußerst skeptisch. Man muss ja kein, weiß nicht, kein schwieriges Umfeld sein, aber wenn man den Tabellenrechner mal ranschmeißt und sieht, wie viele Spiele noch da sind und wie viele Punkte zu holen sind, dann sieht man ja relativ deutlich, Relegationsplatz und vielleicht irgendwie noch Platz 15 ist das höchste der Gefühle, aber mehr wird halt nicht drin sein. Das hat man sich halt in die Situation mittlerweile gebracht. Also, wir müssen jetzt auf jeden Fall diesen Relegationsplatz sichern, auch wenn das dumm klingt, aber es ist halt so. Augsburg ist, denke ich mal, möglich, da noch ranzukommen, vor allem, wenn man in Augsburg gewinnt. Die sind auch die einzigen, ja. In Düsseldorf bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich traue Düsseldorf und auch noch Freiburg zu, mal irgendwie irgendwie so eine Negativserie zu starten, aber um an die ranzukommen, müsste halt der VfB eine Positivserie starten und das traue ich auch dem VfB aktuell ehrlicherweise nicht zu. Dafür sind die Gegner auch einfach zu stark, die da jetzt noch kommen. Also, wir haben jetzt halt schon wieder Punkte verloren gegen Mannschaften, die du eigentlich besiegen musst mit Freiburg und Mainz, vor allen Dingen zu Hause. Das sind schon wieder teure Punktverluste gewesen für uns. ich bin mal gespannt. Mainz und Freiburg zu Hause, ein Punkt, ist halt ein No-Go. Das geht halt nicht. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt gegen Düsseldorf laufen wird. Ich möchte mich da wirklich, was Prognosen angeht, zurückhalten. Ich kann es überhaupt nicht greifen, was uns da erwartet, weil die Düsseldorfer immer so ein Stück weit überperformen und Stuttgart eher unterperformt und also so ein richtig gutes Gefühl habe ich nicht. Ich sage wirklich, dass ich mit einem Punkt zufrieden wäre, auch wenn der zu wenig ist. Gar keine Frage, aber ich glaube, ich wäre fast mit einem Punkt zufrieden. Aber ja, gerne mehr, gerne mehr. Gut, personalmäßig müssen wir natürlich mal abwarten, wie Weinzier jetzt reagiert. Gomm ist gesperrt. Ich gehe davon aus, dass Baumi wieder eine Option ist für die Innenverteidigung. Vielleicht sehen wir Baumi, Pavard wieder und Beck dann auf der Rechtsverteidigerposition. Da lassen wir uns einfach mal überraschen, was der gute Herr Weinzier da so auspackt, wobei Kempf, glaube ich, relativ gefestigt da hinten drin seinen Platz erobert haben dürfte. Aber da werden wir nächste Woche drüber sprechen, denn ich habe es ja schon angekündigt. Es gab noch einen großen Aufschrei heute auf der Geschäftsstelle, möchte ich wahrscheinlich sagen, beim VfB. Guido Buchwald. Guido Buchwald hat sein Amt im Aufsichtsrat niedergelegt, ist nicht mehr Mitglied des Kontrollgremiums und ja, so ein bisschen, muss man sagen, hat sich das ja schon angedeutet, dass zwischen Buchwald und ich sage jetzt einfach mal Wolfgang Dietrich im Speziellen, ja, das Verhältnis nicht besonders gut ist. Also es gab ja den Vorfall kurz vor dem Frankfurt-Spiel im November, muss das gewesen sein, als Guido Buchwald ich glaube Sport1 ein Interview gegeben hat und dort unter anderem Michael Reschke kritisiert hat und ja, im Nachhinein wurde ihm dann vorgeworfen, dass das fahrlässig gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt vor so einem wichtigen Spiel einfach solche Äußerungen zu tätigen. Es gab dann im Dezember eine sehr merkwürdige oder ein sehr merkwürdiges Statement von Guido Buchwald, weil er sich praktisch mehr oder weniger dafür entschuldigt hat, was er da erzählt hat und hat nochmal bekräftigt, dass er hinter dem Verein steht, hinter dem Präsidenten der sportlichen Führung und ja, es ist, also wenn du mich fragst, du kannst ja gleich auch mal was dazu sagen, das war für mich halt so ein aufgesetztes Statement, das habe ich nicht abgenommen, das habe ich niemanden abgenommen, der das da in die Welt gesetzt hat, vor allen Dingen nicht Guido Buchwald, weil was er angesprochen hat im November, sind Punkte, die sich nicht einfach mal so wegwischen lassen. Er fühlt sich einfach nicht als wertgeschätztes, mit Mitsprachrecht ausgestattetes Mitglied im Aufsichtsrat, weil alle Entscheidungen, so hat er es damals durch die Blume weitergegeben, mehr oder weniger nicht mit dem Aufsichtsrat abgesprochen sind, sondern die erfahren das über die Medien. Bevor wir jetzt, oder bevor ich mich jetzt hier gleich schon wieder da reinsteige, nutze ich meinen Joker. Ja, für mich, mein Job ist es, dich zu beruhigen, bevor du dich in Rage redest. Ich nutze meinen Joker und frage dich einfach mal, wie siehst du die aktuelle Situation? Oder wie siehst du das mit Guido Buchwald und seiner Kritik erstmal aus dem November und wie danach damit umgegangen wurde? Ja, ich muss sagen, ich sehe es ähnlich wie du. Also wenn du im Aufsichtsrat sitzt und das Gefühl hast, dass deine Aufsichtsratkollegen nicht auf das hören, was du sagst, dann bleibt dir wahrscheinlich irgendwann nichts anderes übrig, als mit einer Kritik an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das hat er gemacht. Ja, ist dafür irgendwie dann abgewatscht worden, was ja dann auch wiederum okay ist. Und dann ist er zurückgerudert, auch okay. Und jetzt scheint ja wieder irgendwas vorgefallen zu sein, woraufhin Guido Buchwald sagt, hey, ich schmeiß die Brocken hin. Und da muss man überlegen. Ich glaube, er hat ja dann irgendwie den Menschen bei der Zeitung mit den vier großen Buchstaben irgendwie Interview gegeben. Ich glaube, das ist irgendwie sein Hofblatt. Und hat er gesagt, er hatte eine schlaflose Nacht und hat dann überlegt und hat irgendwie alles hingeworfen. Und ja, und ich glaube, dass ein Mensch wie Guido Buchwald, der seine größten Erfolge mit dem VfB Stuttgart gefeiert hat, mit denen Meister geworden ist und Ehrenspielführer ist und im Aufsichtsrat sitzt, und der macht das ja nicht irgendwie unbedacht. Das ist jetzt nichts, was man leichtfertig macht. Also der wird sich das dann in seiner schlaflosen Nacht wohl überlegt haben und zu dem Schritt sich entschlossen haben, ja, dass er halt irgendwie da die Brücken abbricht. Und das sollte einem dann vielleicht schon zu denken geben. Dazu muss man sagen, also er hat wohl eine Presseerklärung an mehrere Verlagen geschickt. Nicht nur die Bild-Zeitung, also der Kicker. Okay, okay, okay. Ja, also da hat er sich wirklich jetzt nicht nur mit einem Platt unterhalten und ihm wird ja oft auch so ein bisschen vorgeworfen, ja, Selbstdarsteller und er möchte sich jetzt da ein Stück weit profilieren und so. Wenn er das wirklich, also es kann natürlich trotzdem sein, dass er das im Hinterkopf hat, aber wenn er wirklich sich da besonders in den Fokus rücken möchte, dann macht er das nicht mit einer schriftlichen Presseerklärung, sondern stellt sich da schön prominent vor die Kameras und lötet da mal ordentlich einen raus. Also ich verstehe die Skepsis von dem einen oder anderen, aber ich möchte mich jetzt mal wirklich auf das Inhaltliche hier beschränken, was von Guido Buchwald kam. Und man kann ja kurz mal verlesen, was er da so ja rausgehauen hat. Er meinte, nach reiflicher Überlegung und einer Nacht ohne Schlaf habe ich entschieden, von meinen Ämtern als Aufsichtsrat der VfB Stuttgart AG und Botschafter des VfB Stuttgart e.V. mit sofortiger Wirkung zurückzutreten. Der VfB lag und liegt mir immer am Herzen und deshalb ist mir der Entschluss auch nicht leicht gefallen. Das sind so mal im Endeffekt die wichtigsten Zeilen aus seiner Presseerklärung. Er hat das ja natürlich noch ein bisschen begründet, warum er diesen Weg geht und meinte, erneute Vorwürfe oder ich muss, ich habe es jetzt hier beim Kicker rauskopiert, deswegen muss ich das mal gucken, wie das hier zusammensitzt. Seine Begründung, Doppelpunkt, erneute Vorwürfe, die nach dem Spiel am Sonntagabend im Aufsichtsrat aufkamen, zeigen mir, dass das Vertrauensverhältnis nachhaltig gestört ist und versucht wird, mir die Schuld, und das ist jetzt ganz interessant, mir die Schuld an der Situation, in der die Mannschaft steckt, in die Schuhe zu schieben. Deshalb kann ich mein Amt auch nicht mehr konstruktiv ausüben beziehungsweise so ausfüllen, wie ich mir das vorstelle. Die Situation lasse ihm nun keine andere Möglichkeit. Also nochmal, es gab wohl nach dem Spiel gegen Freiburg im VIP-Bereich gab es wohl fast schon ein bisschen so eine Art Tumult, und in diesem Tumult wurde Guido Buchwald vorgeworfen, dass er für die aktuelle Situation der Mannschaft die Schuld trägt, oder mit Schuld trägt. Da fragt man sich natürlich schon, wie, was? Also wie kommt man denn auf sowas? In welcher Hinsicht soll denn Guido Buchwald Schuld an der aktuellen sportlichen Misere haben? Ich kann es mir einfach nicht erklären. Sebastian, hast du da eine Antwort drauf? Nee, aber ich habe noch ein Zitat, ich glaube, es ist auch aus dem Kicker, aber ich habe es getwittert, ich lese es kurz vor. Der Weltmeister von 1990 hat seinen sofortigen Rücktritt aus dem Stuttgarter Aufsichtsrat verkündet, nachdem er nach der Partie gegen Freiburg im VIP-Bereich des Stadions von einem Aufsichtsratskollegen verbal angegangen worden war, war massiv und in aller Öffentlichkeit. Also jetzt wissen wir nicht, wer der Kollege war, aber ich würde sagen, die Chaos-Tage in Cannstatt sind hier mit eröffnet. Also es ist so, ne? Ja, es ist so. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das kommt. Also wenn einer halt irgendwie keinen Beitrag an der sportlichen Misere hat, ist es Guido Buchwald, der ja, ich glaube, das steht auch auf seiner Visitenkarte, das Feigenblatt der sportlichen Kompetenz im Aufsichtsrat war, weil so bezeichnen ihn alle. Also ob er die jetzt hat, die sportliche Kompetenz, ist eigentlich auch egal, weil er wurde eh nicht gehört und seine Meinung hat anscheinend kein Gewicht. Er wurde jetzt irgendwie von wem auch immer rausgebissen. Ja, und jetzt weiß ich nicht. Also, aber ich würde sagen, damit hat es jetzt irgendwie begonnen. Sieht so aus und jetzt pass auf, jetzt bin ich natürlich, ich bin ja ein findiger Fuchs und bin auf die Suche gegangen, was kann da wo passiert sein? Was ist denn wohl da los gewesen? Wie kann denn so eine Anschuldigung direkt nach diesem Spiel aufkommen? Also das ist ja völlig absurd eigentlich. Und da bin ich findig geworden. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was, was kommt direkt nach dem großen Supersonntagsspiel? Ah, du meinst Thomas Berthold. Thomas Berthold bei Sky90. Und jetzt, liebe Hörer und natürlich auch du Sebastian, hör mal zu, was Thomas Berthold so zu sagen hat und ganz interessant ist dann die letzte Frage von Patrick Wasserzieher und die darauf folgende Antwort. Und jetzt vielleicht dann auch nochmal gedanklich sich vorstellen, ihr steht gerade alle zusammen in der VIP-Loge in der Mercedes-Benz Arena. Der VfB hat gerade unglücklich nur einen Punkt geholt gegen Freiburg. Und jetzt läuft der Sky90 und Thomas Berthold haut mal folgenden raus. Ich hoffe, ich kriege das technisch jetzt realisiert. Und den Herrn Dietrich. So. Wenn du dir mal die operativen Menschen anschaust, die den Sport verantworten, gibt es den Herrn Reschke und den Herrn Dietrich. Und sonst gibt es nochmal gar keinen. So, und da kann ich nur sagen, Fazit heute, das langt eben nicht. Zu wenig Fußballkompetenz. Was ist mit einem Buchwald zum Beispiel in deinem Aufsicht? Frag doch mal den Gito und könnt ihr auch mal gerne hier einladen, ob der gefragt wurde, wenn hier Personalentscheidungen betroffen worden sind. Wenn der was sagt, dann wird er mal zurückgepfiffen. Ich glaube, der hat es dann eher aus der Zeitung erfahren. Dass irgendeinen ehemaligen Spieler in ein Cremium reinsetzen, damit du da die öffentliche Meinung beruhigen kannst, der aber weder informiert wird, noch auch ein Veto einlegen kann, ja, das ist ja ein Alibi für mich. Und so sieht es aus. Wissen Sie das aus Gesprächen mit ihm? Genau. So. Ich glaube, das war relativ deutlich, was Thomas Berthold hier gesagt hat. Und die letzte Frage ist für mich das Entscheidende. Er sagt praktisch, das, was er hier gerade erzählt, wurde ihm 1 zu 1 so von Guido Buchwald wiedergegeben. Alles passiert am Aufsichtsrat vorbei. Sie werden nicht in die Entscheidungen mit eingebunden. Und wenn das wirklich so ist, ist das für mich einfach, das ist für mich schon fast skandalös, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie nimmst du jetzt diese Aussagen von Berthold auf? Also, erst mal nehme ich die Aussagen von Thomas Berthold mit einer gewissen Vorsicht auf, weil ich glaube, dass er halt schon jemand ist, der halt auch das sagt, von dem er weiß, dass es halt relativ gut ankommt. Aber in dem Fall glaube ich ihm das, was er sagt. Aber wie gesagt, also muss man halt mit Vorsicht irgendwie auffassen. Aber ja, wie du schon sagtest, also das Interview von Guido Buchwald im November mit Sport 1 kann man halt entweder als Geltungssucht irgendwie interpretieren oder halt auch irgendwie so ein bisschen als Hilferuf, weil halt seine Stimme im Aufsichtsrat halt nicht gehört wird. Und ja, wenn man sich so ein bisschen mit den Gremien beschäftigt und weiß, wie die strukturiert sind, dann verwundert einen das jetzt ja nicht wirklich, dass der Aufsichtsrat beim VfB vielleicht keine wirkliche hierarchische Macht hat. Ja, und ich kann mir halt vorstellen, wenn du da wirklich in der VIP-Lounge stehst oder sitzt, wie auch immer, und dann hörst du sowas, dass dann der ein oder andere sagt, was erzähl ich denn da wieder für ein scheiß Guido oder so. Und dann eskaliert das relativ schnell, weil jeder natürlich so einen Hals hat. Und der Buchwald, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, also wenn das wirklich alles so stimmt, und jetzt mal ganz ehrlich, was soll denn Guido Buchwald für ein Interesse haben, nach der Korkut-Entlassung sich hinzustellen und zu sagen, ich habe es im Fernsehen erfahren, dass ein Teil von Korkut entlassen wird. Er schadet doch nur den Verein. Das bringt ihm doch erstmal gar nichts, da blöd rumzulügen. Dieses Interview, was er vor dem Frankfurt-Spiel gegeben hat, der weiß doch auch genau, was er mit solchen Interviews anrichtet. Das weiß er ganz genau, was das zur Folge hat. Und ich glaube wirklich, dass er das ein Stück weit versucht zu nutzen als Hilferuf klingt natürlich enorm dramatisch, aber wenn du dich halt intern überhaupt nicht mehr durchsetzen kannst und dann so eine Scheiße da im Dezember rausgehauen wird mit ich entschuldige mich noch bei meinem Präsidenten und hoffe, dass er mir meine Augen wieder küsst oder so einen Scheiß. Ey, das ist das, das geht überhaupt nicht mehr. Das ist für mich nicht mehr tragbar. Und wenn es wirklich so ist, dass hier ständig Entscheidungen am Aufsichtsrat vorbeigetroffen werden, dass die das im Endeffekt vielleicht dann wirklich aus der Presse erfahren, ja dann, da muss da schleunigst was passieren. Ich verstehe ja, dass Guido Buchwald jetzt nicht im Entscheidungsprozess mit eingebunden wird, ob man Alexander Esswein verpflichtet oder nicht. Dafür habe ich großes Verständnis. Aber ich würde erwarten, dass ein Guido Buchwald vor mir erfährt, dass Alexander Esswein verpflichtet wurde. Und wenn das mehrfach nicht geschieht und er genauso wie der Vertikalpass, wie VfB STR, wie Brustringtalk und andere Leute davon über Twitter oder was weiß ich, Facebook erfahren, dann verstehe ich Guido Buchwald, der sagt, Leute, habt ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Ihr geht gerade alles vor die Hunde. Wir sind wieder genau da, wo wir schon mal vor zwei, drei Jahren waren oder vor drei Jahren waren und ich soll jetzt hier weiterhin das Ganze absegnen. Ihr habt ja wohl nicht mehr Tassen im Schrank und jetzt ist Schluss und jetzt gehe ich und ihr könnt eure Scheiße alleine machen. Das ist, glaube ich, das, was hier passiert aktuell. Und jetzt wird natürlich so getan, ja der Buchwald, der will sich ja nur selbst darstellen und der Berthold, der labert auch nur Müll. Ja, das mag ja alles sein, aber nichtsdestotrotz ist die Anschuldigung, dass der Aufsichtsrat überhaupt kein Mitspracherecht hat in dem, was da aktuell passiert beim VfB Stuttgart, besorgniserregend und sollte, auch wenn es Leute oder von Leuten kommt, die vielleicht ein bisschen schlechten Ruf haben, sollte man trotzdem genau hingucken, ob es denn vielleicht nicht doch so ist, dass alles nur von einer einzigen Person entschieden wird und die heißt Wolfgang Dietrich. Das ist das, was ich kritisiere und darauf hoffe ich auch, dass da endlich ein paar mehr Leute ein Stück weit mit drauf aufspringen, die vielleicht auch mehr Einfluss im Verein haben könnten oder bereits haben. Also, ja, da kommt mir dann zu wenig von Leuten, von denen ich mir vielleicht mehr erwarten würde, erwünschen oder hoffen würde. Es fällt mir jetzt immer schwer, dann direkt Namen zu nennen, weil ich natürlich auch nicht genau weiß, wie die Hierarchien dann intern so geregelt sind. Aber wenn halt nie jemand das Maul aufmacht, dann wird halt sich auch nichts ändern. Also mich beunruhigt die aktuelle Situation massiv, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, absolut. Ich meine, wenn jemand wie Guido Buchwald nach kurzer Bedenkzeit die Brocken hinschmeißt, dann muss einen das beunruhigen, weil man kann ja jetzt von seiner Funktion im Aufsichtsrat halten, was man möchte, aber er ist halt VfB durch und durch. Und wenn der halt sagt, hey, ihr könnt mich mal, ich bin raus, dann ist da halt irgendwas vorgefallen, das halt so gravierend war, dass er halt seinen Herzensverein ihm den Rücken kehrt. Und das ist gravierend. Und dann kann man sich ja ausmalen, wenn jetzt Guido Buchwald der Anfang war, wie es dann weitergeht. Und da muss man halt wirklich höchst alarmiert sein. Schön wäre es natürlich, wenn dieser Aufsichtsrat, also wenn es wirklich stimmt, dass es da einfach, dass am Aufsichtsrat vorbeigearbeitet wird, wenn der geschlossen zurückgetreten wäre. Das wäre natürlich der absolute Super-GAU gewesen. Und dann hätte man wirklich ein Statement setzen können. Ich hoffe auch, dass Guido Buchwald nicht irgendwo jetzt ein Interview gibt und dafür Geld kassiert und so. Dann sind natürlich die Beweggründe auch gleich wieder zu hinterfragen, ob Guido Buchwald hier aus Eigennutz agiert oder ob ihm wirklich der VfB so sehr am Herzen liegt. Das muss man ja auch mal so ein bisschen abwarten, wie sich das jetzt gestaltet. Ich persönlich finde den Weg über eine Presseerklärung, Mitteilung eigentlich gar nicht so dumm, weil das halt einfach da nicht so das Exklusiv-Ding ist. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ich hoffe einfach, dass da jetzt nicht wieder ganz normal zur Tagesordnung übergetreten wird, sondern dass da jetzt irgendwas in Gang gerät. Es ist vereinspolitisch, glaube ich, gar nicht so leicht, da jetzt direkt irgendwas anzuleiern. Vor allem, um das auch vielleicht mal kundzutun, es muss natürlich auch jetzt, wenn du jetzt eine Patrone hier einlegst und abdrücken willst, muss der Schuss sitzen. Also du kannst dich jetzt hier nicht lächerlich machen, wenn du dich gegen Dietrich positionierst. Das muss wohl überlegt sein. Also ein Schnellschuss ist mit Sicherheit auch nicht das Richtige, aber man sollte nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern ich hoffe, dass es vielleicht auch von der Presse sehr kritische Nachfragen gibt jetzt zur aktuellen Situation. Übrigens, hast du das Statement vom VfB gelesen, das abgegeben wurde, nachdem Guido Buchwald das Amt niedergelegt hat? Niedergelegt hat? Nee, ich wollte gerade sagen, gibt es vom VfB schon oft ein Statement zum Buchwald? Ja, es ist ein sehr, fast schon befremdliches Statement. Wir bedauern diese Entwicklung sehr, da wir fest davon ausgegangen sind, dass mit der Erklärung von Guido Buchwald vom 4. Dezember 2018 die Grundlage für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit gelegt wurde. Das ist so, das hört sich so distanziert an, das, da war schon, glaube ich, seit diesem, spätestens seit November war da schon nichts mehr da. Da wurde einfach nur noch eine Maskerade aufgetragen, dass das Ganze nicht völlig explodiert. Und wenn man ehrlich ist, eigentlich wäre der ganze Laden schon vor einem Jahr hochgegangen. Nur Teil von Korkut ist mehr oder weniger auf die Zündschnur draufgestiegen und hat Dietrich nochmal den Arsch gerettet, aber hat sie dann selber im Herbst wieder angezündet. Also es ist halt wirklich so, dass Wolfgang Dietrich Glück hatte, dass die Rückrunde so gut lief. Ansonsten hätte es, glaube ich, bei der letzten Mitgliederversammlung auch schon deutlich andere Kommentare gegeben, als das, was wir dann da so gehört haben. Also da hat er wirklich Glück gehabt. Und wie gesagt, das sollte man nicht vergessen. Diese Negativspirale, die kann man eigentlich schon seit August 2017 sich anschauen. Und es gab dann mal so einen kleinen Aufschwung unter Teil von Korkut, aber das war nur Augenwischerei. Das war wie so ein kleiner Peak vor dem absoluten Crash. Und ich glaube, da befinden wir uns aktuell. Es geht ganz, ganz steil bergab und da absolut ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste wird hier das Programm von Wolfgang Dietrich durchgedrückt. Und ich bin gespannt, wo das dann am Ende wirklich uns hinführt. Es macht mir wirklich große Sorgen. Also es ist sehr bedenklich. Ich weiß nicht, hast du die letzte Rasenfunk, den Kurzpass gehört über Kaiserslautern? Ja, ja, ja. Ich habe es gehört und dachte, hey, tausch, tausch, er ist der FCK gegen VfB aus und das passt halt. Ja. Also, ja, es geht ja gerade auch so um diese, um Menschen, denen der VfB echt eine Herzensangelegenheit war, die, weiß ich nicht, Treffen mit ihrer Familie abgesagt haben, um zum Spiel zu gehen und jetzt halt sagen, ach, hat der VfB gespielt? Verloren? Naja, auch egal. Also man wird ja immer, ja, es wird ja immer belangloser. Man verliert die Bindung. Emotional steckt man halt viel weniger drin. Also wenn man, ich habe mir auch überlegt, in der Aufstiegssaison oder in der ersten Bundesligasaison, da war halt der Trainer da, wo man dachte irgendwie, hey, wenn der geht, das wäre verheerend. Da waren so viele Spieler, wo man dachte, oh, ich möchte nicht, dass die den VfB verlassen. Und jetzt stand gestern, also wer ist denn da auf der Bank oder auf dem Platz, wo man sagt, den würde ich vermissen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es halt fast niemand. Also ich glaube, ich würde Santi Askastiba vermissen, aber ich glaube, das ist echt fast der Einzige halt. Also das ist verheerend. Also man verliert die emotionale Bindung und man weiß genau, man ist nicht der Einzige. Ja, auch andersrum. Wer von den Jungs, die da momentan auf dem Platz stehen, wer von den Männern, die momentan wichtige Ämter innehaben beim VfB, würden denn den VfB vermissen, wenn sie da nicht mehr arbeiten dürften? Also für die meisten ist doch der VfB aktuell irgendwie so eine Art Strohhalm, an den sie sich klammern. Sei es Markus Weinzierl, der seine Trainerkarriere wieder in Gang bringen möchte. Für ihn ist der VfB mit Sicherheit nicht so gedanklich die letzte Station seiner Karriere, sondern eher die Möglichkeit gewesen, jetzt wieder aufs Trainerkarussell mit aufzuschreigen. Es gibt diverse Spieler, die einfach froh sind, dass sie nochmal richtig abkassieren können. Ja, auch bei Michael Reschke glaube ich jetzt nicht, dass er den VfB Stuttgart... Ich glaube, dass er diese Aufgabe sehr reizvoll findet und auch alles gibt, aber nicht, weil der VfB ihm so unglaublich wichtig ist, sondern weil seine Reputation dranhängt und sein ganz persönlicher Erfolg. Und bei Dietrich, brauchen wir überhaupt nicht weiterreden, der Typ, der gibt einen Fick auf den VfB. Das ist ihm scheißegal. Es geht nur um seine Ego-Show. Ah, nee, ich weiß nicht. Nee, da muss ich, da muss ich, da muss ich insistieren. Okay. Nee, ich glaube, ich glaube echt, also meine ganz persönliche Meinung ist, ich glaube, dass Wolfgang Dietrich eine Menge am VfB liegt und dass er auch das tut, von dem er denkt, dass es dem VfB gut tut. Ich glaube halt nicht, dass das, was er macht, gut für den VfB, ist, aber ich nehme ihm halt ab, dass er für einen VfB brennt, glüht, was weiß ich, lebt. Aber wieso, wieso greift er denn nicht zurück auf die Ressourcen, die er ja hat? Da sind wir wieder bei so einem Thema wie Aufsichtsrat. Ich meine, wenn ich keine sportliche Kompetenz habe und auch, sag ich mal so, prinzipiell, sag ich mal jetzt nicht, der Mega-Auskenner bin in dieser Szene, dann kann ich doch froh sein, wenn ich da Leute sitzen habe, die mich mit Rat und Tat beraten beraten und einfach auch helfen in meinen Entscheidungsfindungen. Ich glaube halt, dass er halt, glaubt, dass er halt weiß, was für den Klub am besten ist und dass alle anderen halt Vollidioten sind. Und deswegen macht er das, was er für richtig hält. Aber wie gesagt, ich glaube halt, dass er wirklich denkt, dass das gut ist. Aber es ist halt nicht gut. Und das wird sich nicht ändern lassen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er bewusst dem VfB schaden möchte. Und ich glaube auch nicht, dass Michael Reschke irgendwie von den Bayern eingeschleust ist und dem VfB schaden will. Also ich glaube schon, nein, 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 klar, Spaß. Aber ich glaube, alle, die da halt für bezahlt werden, für den VfB zu arbeiten, auch ihr Bestes tun für den VfB. Aber es ist halt nicht das Beste halt. Das ist halt irgendwie so das Problem. Das hört sich an wie so ein irrer Diktator. Wenn du von Wolfgang Dietrich sprichst, er möchte eigentlich nur das Beste. Aber er ist der Meinung, er weiß halt alles schon besser als alle anderen. Ja, aber so scheint er halt. Aber es ist halt fatal, was da aktuell passiert. Ich meine, so viele Entscheidungen, die er dann offensichtlich im Alleingang getroffen hat, haben halt zur aktuellen, sehr schwierigen, sportlichen Situation beigetragen. Und diese schwierige, sportliche Situation wird definitiv in einer sehr schwierigen finanziellen Situation resultieren, wenn das weiter so geht. Weil das muss halt eben klar sein, das ganze Geld, was du jetzt ausgegeben hast, das ist weg. Das kommt auch nicht wieder. Und wir werden das auch nicht durch Spielerverkäufe irgendwie wieder generieren oder sowas, weil die Jungs, die bislang verpflichtet wurden, werden sehr wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt mega Ablösesummen dann am Ende ausspucken. Also momentan sieht es nicht danach aus. Man möchte es nicht ausschließen, aber die Tendenz zeigt eher dahin, dass wir eher Verlust machen. Dazu kommen natürlich noch... Das ist ja das Ding, also du hast wahrscheinlich die Ausgliederungsmillionen jetzt rausgehauen. Du hast irgendwie 41 Millionen, du hast irgendwie ein Transferdefizit von 30 Millionen, hast irgendwie noch ein paar Millionen halt irgendwelche Trainingsplätze investiert. also das Geld ist weg und du hast halt einen Pablo Maffeo, der aussortiert ist, du hast einen Sosa, der nicht im Kader ist, du hast ein Gehalt vom Holger Badstuber, der auf der Bank sitzt und dann fragt man sich natürlich schon, möchten wir jetzt, dass Michael Reschke die 35 Millionen, die dann aus München für schon mal ein paar Wahl überwiesen werden, auch irgendwie ausgibt. Und ja, das muss man sich dann halt wirklich fragen. Noch eins abschließend zur Vereinspolitik. Bernd Wahler, unser ehemaliger Präsident, hat sich ja letzte Woche auch mal zu Wort gemeldet. Endlich mit neuer Frisur. Übrigens wirklich, wenn jemand noch Tipps braucht für Fasching, einfach mal die Bilder von Bernd Wahler googeln. Also hervorragend. Also ich glaube, ich bin glaube ich wahrscheinlich 20 Jahre jünger als Bernd Wahler und habe doppelt so viel graue Haare. Es ist wirklich einfach nur schön. Und auch hier, ich habe mich das damals als Kind schon gefragt. Ich meine, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr so sehr. Aber früher, als ich so acht, neun Jahre alt war, hat man ganz häufig Omas mit so lilanen Haaren gesehen. Da habe ich immer gedacht, sag mal, wer macht denn sowas? Also da muss doch sich jemand irgendwie einen Spaß erlauben bei irgendwelchen Friseuren, dass die so sagen, komm, wir machen mal die Haare lila. Das finden die super. Und bei Bernd Wahler muss es eh nicht gelaufen sein. Ja, aber wenn du mit Startups aus Israel irgendwie handelst, dann kannst du nicht mit grauen Haaren kommen. Das stimmt. Das muss schon die Skinny Jeans sein oder was das für eine Farbe ist. Skinny Jeans und lila Haare. Aber, ja, was optisch nicht so richtig hinhaut, war inhaltlich dafür umso treffender. Denn Bernd Wahler sagte einen Satz, den ich so eins zu eins unterschreiben würde, in Bezug auf die aktuelle Situation beim VfB, das ist wie ein Geschwür. Es geht immer wieder in die richtige Richtung, aber es wird nie zu Ende geführt. Und im Endeffekt ist das, glaube ich, eine sehr gute Erklärung für das immer wieder wiederkehrende Problem beim VfB Stuttgart, nämlich diese Berg- und Talfahrt letzten Endes, die dann meistens eher im Tal endet als auf dem Berg oben. Ich glaube, der Satz war gar nicht so dumm von Bernd Wahler. Auch wenn es er vielleicht nicht der richtige ist. Bernd Wahler halt grundsätzlich irgendwie ein cooler Typ ist. Also der hatte vor dem VfB Erfolg, der hatte nach dem VfB Erfolg, der hatte halt nur beim VfB keinen Erfolg, weil er halt keine Ahnung hat, wie man halt so ein Präsidentenamt bei einem Bundesligisten ausüben muss. Und zwar nicht im Homeoffice und nicht mit möglichst viel Distanz, sondern halt wirklich vor Ort. Und halt eher, dann muss man ja sagen, eher so wie Wolfgang Dietrich, das macht halt jeden Tag vor Ort. und irgendwelche Verhaltenskodizes irgendwie aufsetzen. Also, das hat er halt nicht gut gemacht. Aber grundsätzlich ist der intelligent und ein guter Typ und der wurde ja nicht zu Unrecht irgendwie mit, ich weiß nicht, mit nordkoreanischer Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Ich weiß nicht, was waren es? 97 Prozent oder so. Erdrutschartig halt. Ja, es war auf jeden Fall deutlicher als beim letzten. Und dann ist er halt irgendwie in eine Krisensituation geraten mit dem Abstieg dann. die er halt nicht bewältigen konnte. Hätten wir einen wie Bernd Wahler gehabt, ich weiß nicht, in der Zweitligasaison dann mit einer Konstellation wie Schindelmeiser und Wolf, wäre das sicherlich irgendwie ganz grandios gewesen. Aber grundsätzlich hat er sicherlich recht. Also das Einzige, was ich halt kritisiere halt, ist, dass er sich, also der Zeitpunkt, also muss er sich jetzt wirklich melden. Also ich hätte gesagt, hey, wenn du cool bist, dann meldest du dich halt in der letzten Rückrunde, wenn der VfB halt gerade Richtung Europa geht und dann sagst du halt, ja, mit mir wäre das, weiß ich nicht, auch passiert, nie passiert, vielleicht passiert. Sich aber jetzt zu melden, wo eh die Kacke am Dampfen ist und zu sagen, ja, ich habe es ja schon immer gewusst. Ist immer leicht, ja. Ja, und dann halt der Präsident, der halt irgendwie für eine historische Schlechtleistung verantwortlich ist, weil er sich halt irgendwie gefühlt sechs Monate irgendwie mit den Gegebenheiten vertraut machen musste und dann im Homeoffice abgetaucht ist und dann nur noch Hashtags entworfen hat. Ja, das ist irgendwie Zeitpunkt schwierig, in der Sache sicherlich vollkommen richtig, was er sagt. Ja, was ich auch interessant fand, war, ja, die Antwort auf die Frage, was so seine größten Fehler waren. Da meinte er, dass er nicht lang genug an Thomas Schneider festgehalten habe und auch Freddy Bobic hätte er, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, gerne länger beschäftigt. So habe ich das jedenfalls verstanden. Natürlich kann man das jetzt immer auch wieder leicht sagen, Bobic, der mit Hübner zusammen in Frankfurt gute Arbeit macht. Vielleicht lag es auch wirklich daran, dass er beim VfB deswegen eher unglücklich agierte, weil er zu viel zu tun hatte. Das hat er ja immer so gesagt, aber ich kann es halt überhaupt nicht beurteilen. Ich glaube immer noch, dass Bobic momentan wirklich von einem Glücksfassens nächste hüpft und irgendwann ist dann wieder mal der richtige Bobic dabei. Aber sei es drum. Trotzdem, ja, ich habe es ja gesagt, ich möchte es jetzt abschließen hier mal mit der Vereinspolitik-Geschichte, weil man fischt natürlich auch viel in unbekannten Gewässern, weil man einfach zu wenig Einblick hat. So geht es mir jedenfalls. Also man hört zwar immer hier und da was, aber da muss ich ja manchmal mein Dietrich-Soundboard hier wieder anschmeißen. Hatte ich mal so, das muss ich jetzt noch schnell raus. So viel Zeit muss sein. Es gab mal eine schöne Aussage von Wolfgang Dietrich zum Thema, was Leute so hören. Jetzt habe ich bestimmt das Falsche. Ich kann die nachher erzählen. Nee, siehste. So, das war es, glaube ich. Das war es jetzt. Okay, was Sie hören. So. Es war immer seine Aussage, wenn jemand gesagt hat, man hört so über das und das hat er immer gesagt, ah, was Sie hören und so. Sei es drum. Ja, also das Vereinspolitische sei hiermit abgehandelt. Vielleicht noch eins. Ich würde es gut finden, wenn diese Dietrich rausrufe, die ich sehr, sehr gut finde natürlich und auch unterstützenswert finde, aber wenn der eine oder andere, der jetzt vielleicht gerade auf der Haupttribüne oder auf der Gegentribüne da mitruft, wenn der sich vielleicht mal ganz kurz Gedanken dazu machen würde, dass es jetzt wirklich nicht darum geht, Dietrich rauszurufen, weil die sportliche Leistung aktuell so schlecht ist, sondern weil es darüber hinaus so viele andere Gründe gibt, Dietrich rauszurufen. Und die gab es übrigens auch schon nach dem 34. Spieltag und nach einem phänomenalen 4 zu 1 in München. Damals wurden mehrere Leute, unter anderem der Ron, den man natürlich kennt, Brustring 1893, Block aus Cannstatt, wir haben uns ja danach auf den Parkplatz gestellt, wir wurden komisch beäugt, weil wir das Ganze sehr, sehr negativ gesehen haben, was uns da vorgetragen wurde. Wie du schon richtig gesagt hast, im Moment des Niedergangs ist es immer leicht, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, aber man sollte sich darüber Gedanken machen, dass es als der Ursprung dieser Dietrich raus, ich nenne es mal Kampagne, der hat jetzt relativ wenig mit der aktuellen Situation zu tun. Das ist im Endeffekt nur das, was wir alle befürchtet haben, als wir schon vor, im Endeffekt, mehreren Monaten den Zeigefinger gehoben haben, ohne jetzt oberlehrerhaft rüberkommen zu wollen, aber es gab schon ein paar Zeichen, wo man merkte, dass Dietrich vielleicht nicht der richtige Mann ist hier für den VfB Stuttgart. Und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, die möchte ich dem Sebastian jetzt hier nicht gerade aufdrücken oder so, der kann natürlich eine ganz andere haben. Sebastian, möchtest du noch was hinzufügen? Möchtest du dich noch distanzieren von diesen Äußerungen? Ja, also distanzieren nicht unbedingt, aber so mit Blick auf die Tabelle, wir sind jetzt 16. Wir haben sieben Punkte Rückstand auf Fortuna Düsseldorf als Aufsteiger und wir haben genau ein Spielvorsprung auf Nürnberg als Aufsteiger und ja, wenn ich so überlege, was man uns bei der Ausgliedung versprochen hat, erstes Tabellendrittel und goldene Zukunft, dann ist das nicht unbedingt das, was ich mir erhofft hatte. Ja, so geht es den meisten und wir wünschen uns natürlich, dass wir alle Unrecht haben und am Ende der VfB von Wolfgang Dietrich in eine glorreiche Zukunft geführt wird. Es fällt mir nur relativ schwer, meine Worte jetzt ernsthaft zu glauben. Gut, ich denke mal, wir haben das ganze Thema hier ausreichend behandelt, abgearbeitet. Ich habe auch sonst nichts Weltbewegendes mehr auf meinem Zettel stehen. Es gab keine weiteren Zu- und Abgänge, kann man natürlich jetzt noch drüber diskutieren, müssen wir aber nicht, da es genügend andere Themen gab, die jetzt hier schon ihren Platz zurecht gefunden haben. Es ist auch inzwischen schon spät, aber es hat mir wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht, lieber Sebastian. Ich hoffe, dir ging es ähnlich. Absolut. Ich habe noch eine Frage. Am nächsten Spieltag, wir spielen wieder Sonntagabend, machen einen Abschluss in Düsseldorf, aber Hannover spielt gegen Nürnberg oder Nürnberg gegen Hannover. Ich weiß gar nicht, wer Heimrecht hat. Die spielen in Hannover. In Hannover, also Hannover gegen Nürnberg. Nein, andersrum, Entschuldigung. Warte, warte, warte. In Nürnberg. Ich glaube, in Nürnberg. Das Blöde ist nämlich, Nürnberg und Hannover hatten beide ein Heimspiel an diesem Spieltag, deswegen war ich mir sicher. So, jetzt pass auf, jetzt wird es spannend und ich kann nur sagen, es ist tatsächlich in Hannover. 15, 30, Hannover, Nürnberg. Also in Hannover, Hannover gegen Nürnberg, 18, gegen 17, Hannover 11 Punkte, gegen Nürnberg 12 Punkte, wir haben 15 Punkte. Was ist dein Wunschergebnis? 1-1. Also unentschieden. Ich hätte auch gesagt unentschieden. Ja, unentschieden, dass keinem so richtig weiter hält. Ich bin auch für unentschieden, weil es gibt keinen von den beiden Teams irgendwie einen Boost, irgendwie so einen Jumpstart, irgendwie eine Serie zu starten. Keins von den beiden Teams überholt uns. Also ich wäre auch für einen unentschieden Besten halt irgendwie so ein ganz trostloses 0-0. So, also die Leitung lässt jetzt zu wünschen übrig. Wir kriegen es aber noch irgendwie nach Hause, glaube ich. Okay, okay. Macht ja nichts. Wir haben es ja jetzt auch soweit schon durchgebracht. Ja, ganz wichtig für euch, solltet ihr irgendwelche Themenvorschläge haben beziehungsweise eure Meinung gerne kundtun wollen, dann könnt ihr das tun auf at vfbstr. Schreibt da einfach, wie ihr die aktuelle Situation seht rund um Buchwald, Dietrich, natürlich die Mannschaft an sich und welche Chancen ihr dem VfB im Abstiegskampf zu belegt. Also das würde mich und den Sebastian auch sehr, sehr interessieren. Was ich auch gesehen habe, was ich schön fand vom Vertikalpass, dass der Sebastian einfach mal bei Instagram gefragt hat, was habt ihr denn für Fragen? Ich glaube, das müssen wir nächste Woche mal mit einbringen hier in diese Sendung. Das habe ich jetzt so ein bisschen vernachlässigt. Habe ich erst kurz vor Sendung startgesehen, leider Gottes. Aber das fand ich eine gute Idee. Vielleicht können wir das noch ein bisschen forcieren. Das würde mir gefallen. Ansonsten bin ich, glaube ich, soweit durch. Ja, absolut. Ich habe mich gesehen, ich dachte irgendwie, hey, da antwortet niemand auf die Frage und habe ich irgendwie auch kurz vor Sendung gesehen. Oh, okay, da gibt es irgendwie relativ viele Fragen, die irgendwie im Instagram. Aber wir machen das nächste Woche wieder und dann bringen wir die Fragen auch jeden Podcast. Nächste Woche wird es definitiv fester Bestandteil dieser Ausgabe werden, der dann anstehenden. Ja, also ihr hört selber, Sebastians Leitung oder meine, das wird sich noch herausstellen. Macht man dann schlapp. Danke fürs Zuhören. Es ist wie beim VfB. Es ist einfach, am Ende ist die Luft raus, muss man sagen. Aber wir versuchen uns auch zu steigern dann nächsten Montag. Sebastian, vielen Dank und ja, an euch, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.